und damit moin moin und ganz herzlich willkommen am sonntagabend zu hardcore colonization ja wir haben uns ja schon echt oft gesehen diese woche nach dem kleinen intermezzo mit surviving mars gestern was sehr viel spaß gemacht hat übrigens geht es heute direkt weiter mit hardcore colonization und wir werden heute weitermachen mit der bisher relativ erfolgreichen nicht 100 prozent erfolgreichen aber relativ erfolgreichen duna mission wir haben noch ein bisschen was an ick zu tun wir haben auch noch eine main mission an duna zu erledigen irgendwas mit docken und irgendwie glauben orbit to sway damit holen wir noch ein bisschen kohle rein damit holen wir noch ein bisschen science rein und schaffen die grundlage dass wir eigentlich uns fehlt noch eine knappe viertel millionen dann können wir diesen knopf für potenziell drücken die grundlage haben um hier unser r&d center auf die nächste stufe zu heben bevor das losgeht aber erst mal ein ganz liebes hallo an diejenigen die schon da sind und zwar an den mickey an den jojungs an den explodot den karlis den tensei prime den newest daddy den mimir den nasadam x brady etienne panavia den jens mr penguin king den zermiedes den meckes und last but not least den k zieht schön dass ihr da seid schön dass ihr auch da seid diejenigen von euch die sich eher auf den lurk beschränken ja ich glaube das werden heute sehr interessante vier stunden glaube ich also wir haben eine menge zu tun ich würde gern bevor ich das upgrade mache auch gewissen finanziellen puffer schaffen und während der vorspann lief und danach haben der nasradam der jens und der khz reingeworfen und zwar für zwei monate beim nasradam für 13 monate beim jens und für 18 monate schon beim khz vielen lieben dank an euch alle drei und weiterhin hoffentlich ganz viel spaß zu gucken okay und der arnold für 20 monate okay habt ihr es dann ja dankeschön arnold dankeschön und ja ich würde sagen wir fangen jetzt mal an ich würde als erstes gucken wir müssten ein slot frei haben weil wir ja eine mission erledigt haben ja ob wir irgendwas nettes haben was man mal so zwischen rein schieben kann ach guck mal science data vom space around minus science data vom surface auf dem man das hilft uns nicht so wirklich aber science data doch müsste sich das nicht die bodenstützung sind auf minus science data vom space around minus das können wir mal eben nebenbei erledigen einfach so mit dem satelliten den wir platziert haben den würde ich mal kurz ansteuern bevor wir an duna weitermachen das bietet sich ja förmlich an nächsten monat machst das jahr voll tschuldigung zwei monate in row elf total du hast natürlich komplett recht jetzt verstehe ich womit du mich korrigieren möchtest ich habe das einfach stumpf falsch vorgelesen weil es in klammern danach steht das salam du hast natürlich völlig recht elf monate nicht zwei nicht zwei so ich habe ihn da mit muss science relay zack 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 und mir an destroyer und major einen schönen guten abend an euch alle schön dass es einrichten konntet schön dass sie vorbeischaut schön dass du auch noch vorbeischaut der schmanker du hast ja heute auch einen langen tag schon hinter dir ich habe gesehen du hast quasi mit der darf man das so nennt zombies survival variante von surviving mars gespielt die zombie ich habe absichtlich nicht reingeguckt weil es ein spiel ist wo ich total bock hätte auch mal zu spielen und ich will mich nicht spoilern ich habe immer nur so mal geguckt wie du wie du hast ohne zombies okay es ist einfach nur apokalypse ich hätte gedacht das ist irgendwie after marf klang so nach zombies okay es ist nur zur weibel alles klar das wird mich auch reizen aber ist wahrscheinlich so ähnlich wie surviving mars fragezeichen vom spielerischen her natürlich deutlich weniger maß das ist mir bewusst so wir müssen hier mal eine runde einfach wissenschaftsdaten senden und dann sollte sich das schon erledigt haben jawohl 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 ja wir haben eine menge ne menge neuer strategien auch available da könnte man auch mal einen kurzen blick rein werfen ok ist erkennbarer early access alles klar es gab wieder ginger mio mio ah schön mein leben ist wieder ein bisschen besser wir sind schon voll dabei wir sind noch gar nicht so voll dabei wir haben gerade erst angefangen worum geht es heute heute geht es um die um die duna und die mission da haben wir noch ein bisschen was vor uns noch ein bisschen was zu erledigen so contract slot machine das können wir natürlich mal machen dann können wir öfter durch rutschen mit den verträgen ich weiß nicht ob wir das machen wollen und minus 100 prozent und plus 200 prozent also es kann doppelt so viel bringen oder gar nichts ich bin mir nicht sicher ob ich das will ich bin mir gar nicht sicher ob ich das will ich bin mir gar nicht sicher ob ich das will aber jetzt haben wir einen sehr hohen anreiz mit sehr großen raketen zu starten das heißt wir müssen dann auch weiter kommen mit unserer science ich überlege ich überlege tatsächlich was wir sonst noch tun könnten engine isp ist increased by 2.5 per cent 200 prozent mehr tourism plus contracts mit piloten und die isp unserer triebwerke werden besser was eine total gute sache ist auch wenn es nur 2 prozent sind engineers 200 prozent reward of bases und station contracts wenn engineers present ok und parachute und scientists machen plus 200 prozent science collection contracts ich glaube ich glaube ich glaube wir sind noch auf der 172 wir sind noch nicht auf der 18 wir warten erstmal noch bis die ganzen mods nachziehen erfahrungsgemäß könnt ihr da mal mindestens ein zwei monate noch rechnen ich überlege gerade ob es eher engineer oder eher pilot fokus ist ich glaube ich will ja mehr bauen und stations bauen und bases ja 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 ich glaube ich mache den engineer focus an 300.000 kostet das 250 science wollen wir das so machen wollen wir das so machen und ich muss da noch mal ein bisschen drüber nachdenken für einen kurzen moment ob es eher pilot oder eher engineer ist 2,5 isp prozent mehr sind natürlich auch nett aber lasst uns erstmal in duna rumwurschteln da ist gar keiner dabei und ragima vielen lieben dank fürs follow und ganz herzlich willkommen bei den kurbonauten so duna mission probe blablabla gehen jetzt erstmal hin so wir haben diese mission noch gelandet auf duna die könnten wir jetzt eigentlich zurückholen ist auch noch ein ganz guter zeitpunkt wahrscheinlich das zu tun ja lasst uns die starten dass wir die so gut wie möglich zurückbringen wir müssen jetzt diesmal deutlich mehr nach oben starten weil wir mit der ionisierung sonst ein problem bekommen durch die atmosphäre das war problematisch das war tatsächlich problematisch ich würde zumindest gerne eine probe am stück zurückbringen das fände ich recht nett so ich überlege ob wir noch einen ich glaube wir warten noch eine rotation tatsächlich eine duna rotation wir können relativ viel zeitraffer reinpacken weil hier drüben haben wir dann so eine relativ gute abdeckung nächsten orbit nehme ich mit eine relativ gute funk abdeckung denke ich so wo es das ksc ist in dieser richtung ok ok das heißt wenn er jetzt gleich in funkkontakt kommt sind wir soweit was hier passiert you have escaped the gravitational influence of duna achso ja die andere probe ist abgehauen herzlichen glückwunsch herzlichen glückwunsch so jetzt brauchen wir nur noch ein funksignal damit wir wieder arbeiten können strom ist noch ein bisschen drin das müsste hier im moment kommen eigentlich da ist es ok freunde let's do this ich gehe auf nummer sicher und fahre die dinger hier ein ok das hier kann erstmal auch retracted werden ok wir müssen wirklich einen sauberen start nach osten hinlegen dann klappt das irgendwie und dafür fliegen wir jetzt erstmal relativ straight nach oben nur ganz leichte inklimation reinbringen oder ein leichtes kippen auf die 90 grad damit wir vor allen dingen erstmal höhe machen und auf geht's wir müssen nämlich aus der atmosphäre raus das habe ich letztes mal viel zu viel zu früh begonnen die drehung wodurch wir dann eine ionisierte antenne bekommen haben und damit dann natürlich die ganze folge probleme so ich habe hier ganze 20 kram gemacht ich habe so eine befürchtung gerade dass ich das vergessen habe das ist wirklich sehr ärgerlich ich glaube ich habe es vergessen naja ja ja so jetzt müsste man nicht gut genug sein dass wir sagen können wir pitchen rum ich nehme mal hier noch ein paar andere Proben ein bisschen dann noch ein bisschen Das war richtig keine gute Idee. Okay. So. Moin, sick und einen schönen guten Abend. Und hallo auch an RamanStyle und Undo. So, ich hoffe, wir kommen gleich ohne irgendwelchen Ionisierungs-Schaltern raus. Sehr schön. Auch sehr cool, dass es auch wirklich ein blauer Sonnenaufgang ist. Wie hoch fliegt die andere Kiste? Okay, 250. So, wir geben jetzt natürlich weiter Gas. Wir brauchen, oder gehen jetzt auf Höhe. Da ist hier was. Oh, naja. Fail ist vielleicht ein bisschen überspitzt, aber ärgerlich ist es trotzdem. Wir haben ja noch ein bisschen andere Science-Daten retten können, aber schön wäre es natürlich gewesen, den anderen Karten auch noch zu haben. Also, wir gehen jetzt ein bisschen höher als die 52 Kilometer, damit das Ding uns einholen kann. Und dann müssten wir eigentlich mit den verbleibenden 279 Delta V hoffentlich ganz gut in den Augen ziehen können. Ja. Erstmal dafür taugt. Die Kiste hier aufzuholen. Mal sehen. Ganz gut hinter uns. Na gut. 2,8 Grad. Dann gehen wir noch ein bisschen höher. So. Das ist unser Manöver, was wir fliegen wollen. Wir müssen auch hier eigentlich noch eine ganz gute... Das ist KSC. Sieht gut aus. Also, wir haben eigentlich noch ausreichend Abdeckung. Ich fahre jetzt die Antennen wieder aus. Wir sind aus der Atmosphäre draußen. Und klappen das Solarpanel so weit raus, dass wir beginnen, ein bisschen Strom rein zu heinseln wieder. Das ist jetzt noch nicht super gut, aber es ist ein bisschen was, was dazu kommt. So. Und dann probieren wir uns zu treffen mit der Hauptsonde, damit die uns einfangen und unsere Wissenschaftsdaten einsacken kann. Wir haben zumindest die Atmosphärenforschung. Wir haben leider die Bodenproben jetzt nicht mit dabei. Das ist natürlich... Oder die Dinge vom Boden. Die habe ich vergessen zu machen, bevor ich gestartet bin. So. Hierhin können wir jetzt eigentlich erstmal time warpen. Da passiert jetzt nicht viel. Strom lädt auf. Auf geht's. So. Dank der zusätzlichen Antennen ist auch die Entfernung nicht ein Riesenproblem, weil wir haben mit der kleinen Antenne nur 500 Kilometer Reichweite mit den beiden großen zusammen. Sollte das deutlich besser sein. So. Und dann machen wir hier jetzt den Orbit fertig. Moin Crazy! Na, wie ist es? So. Ziel ist es natürlich, Duna auch zu kolonisieren. Natürlich. Jetzt müssen wir aber erstmal gucken, dass wir mit den Probes hier unsere Aufträge erledigen. Holst du dir Survive the Aftermath? Ich weiß es noch nicht. Ich weiß es noch nicht. Im Moment bin ich erstmal von Surviving Mars wieder ganz gut abgeholt. Und weiß da schon nicht, weil ich die Zeit aufbringen soll, das zu spielen. Hat echt Spaß gemacht. Ich habe heute direkt nochmal für mich selber so ein bisschen Offstream Survival Mars gespielt. So, fünf Stunden. Vielleicht. Nur vielleicht. Aber nur vielleicht. So. Weil, wegen, grün. So, dann müssen wir mal hier gucken, dass wir den, den Schisselheimer schon mal gerade ziehen. Auf derselben Map? Äh, tatsächlich auf derselben Map. Also, auf der, neues Spiel, auf derselben, an derselben Stelle. Aber ich habe jetzt nicht das Spiel einfach weitergespielt. Nein, das Spiel spiele ich natürlich im Stream weiter. Also, den Spielstand, den wir da haben. Aber die Map ist die gleiche, tatsächlich. Die Map ist die gleiche. Ich habe nochmal einen frischen Spiel schon angefangen mit der Idee, mit der Idee, mal einen Doktor als Stadterfinder zu nehmen, um zu gucken, ob die Geburtenraten damit deutlich nach oben gehen. Also, dann hat man zwar einen besseren Trigger, was die Geburtenraten angeht, aber ich musste leider feststellen, und ich muss noch was feststellen, nämlich, dass wir jetzt hier gleich unser Manöver und dann aber auch relativ fix bremsen müssen. Ich muss da feststellen, ich glaube, ich glaube, für so eine richtig gute Kolonie auf dem Mars müsste man, glaube ich, nochmal die Kirche der Arche kombiniert mit einem Doktor oder sowas machen, weil die nochmal tatsächlich eine gesteigerte Geburtenrate haben. Wenn du das mit einem Doktor machst, der dafür sorgt, dass die mit weniger zufrieden sind und beginnen, sich zu vermehren und dann aber die Kirche der neuen Arche eine doppelt so hohe Geburtenrate hat, plus der Doktor macht, glaube ich, dass sie nicht so schnell alt werden. Ich glaube, das könnte ganz gut funktionieren, dass man relativ schnell in eine personelle Unabhängigkeit von der Erde kommt. Ich glaube, da kneifen einen dann wieder andere Probleme, also der ganze wissenschaftliche Aspekt. Die sind nicht so die super guten Forscher, um es mal so zu formulieren. So. Aber ja, auf jeden Fall habe ich mich vielleicht ganz leicht wieder angehuckt mit so weitem Mars. Vielleicht. Und deshalb bin ich noch nicht so schlüssig, was was und wie ich mit Surviving the Aftermath umgehe, aber kannst gerne mal Crazy ein Shoutout für den Herrn Spanker machen. Der hat ja heute den Early Access schon mal angespielt und ich könnte mir vorstellen, dass das bestimmt in nächster Zeit nicht das letzte Mal war, dass er das gespielt hat. Just guessing. So, da drüben kriegen wir einen Encounter auf 200 Meter, dann machen wir das so. Just guessing. Genau, Mormonen und Amische an die Forschungstische, so sieht's aus. So sieht's nämlich aus. Aber vielleicht, eben war er noch da, vielleicht taucht er noch mal auf oder vielleicht ist er auch noch da und lurkt gerade nur, der Herr Spanker, dann kann er gerne mal zu Surviving the Aftermath ein bisschen was im Chat lesen. Ich selber habe nur gesehen, dass Nils es gespielt hat. Ich habe nicht reingeguckt, weil ich selber noch spielen möchte. Ich werde jetzt aber, Nils, du kannst dich jetzt mal ein bisschen über das Spiel auslassen und auch die Fragen und so beantworten. Wie gesagt, ich habe nicht reingeguckt, weil ich mich nicht selber spoilern möchte und deshalb gucke ich jetzt vom Chat einfach mal auf mein Spiel und spielen ein bisschen und dann seid ihr hoffentlich durch mit erklären. Ansonsten lese ich es halt einfach nicht. Aber ja. Und ich denke, beim Herrn Nils könnt ihr das bestimmt demnächst auch mal sehen. So, jetzt können wir eigentlich direkt hier rüber warpen. Ich würde so viel wie möglich von den Manövern tatsächlich mit diesem Gerät hier noch machen. Check nicht lesen, kann ich das? Moderat gut kann ich das. Moderat gut. Jetzt hoffe ich mal, dass wir an der Stelle dann auch schon wieder aus dem Funkschatten raus sind. Ja, sieht gut aus. Sieht gut aus. Weil dann kann ich jetzt hier schon mal dafür sorgen, dass wir gut aufeinander angeglichen sind und der Treibstoff nicht aus dieser Mission rausgeht. Und dann ... ... ... ... ... ... ... ... Viech ... Das stimmt überhaupt nicht. Ich tue immer so, als ob ich nie eure Nachrichten lesen würde. Ich glaube, das ist so ein Überempfindlichkeitsding. Das stimmt überhaupt nicht. Ich habe mir in letzter Zeit so viel Mühe gegeben, eure Nachrichten zu lesen. Das sind immer nur so kurze Phase. Das müsstet ihr eigentlich mittlerweile auch schon erkennen wenn ich wie so ein wie so ein verrückter nach vorne starre und irgendwas rum bastle an irgendeiner rakete sollte eigentlich jeder zuschauer der mehr als zwei streams von mir gesehen hat wissen dass ich jetzt auch einfach nicht ansprechbar bin dass man es nicht versuchen braucht weil es vergebene liebesmühe ist in dem moment so muss ja auch mal gesagt werden dass das nicht immer meine schützern kann okay drei zwei eins zünder das sieht sehr gut aus so und dann fliegen wir zu freund blasebalk hinten hätte ich gesagt und präsentieren uns vor seinem greiferchen so wir haben jetzt noch 49 meter pro sekunde ich habe gesagt ich gehe mit dem greifer dann hier hinten in den tank rein vielleicht kann ich dadurch sogar ein fuel transfer machen vielleicht auch nicht wer weiß das schon so genau wir werden sehen guck mal das ist doch eine schöne annäherung sehr gut gut so wir haben noch 44 meter pro sekunde also das passt alles ganz gut das passt alles ganz gut ganz vorsichtig einparken dass wir bereit sind uns andocken zu lassen und dann gucken wir mal ob wir es hinbekommen mit dem teil sauber daran zu gehen so ein bisschen noch guck mal da kommt auch der sonnenaufgang das blaue leuchten so und dann hatte ich gesagt tun wir es ne so so ich hoffe er schnappt zu sauber schlägt uns hier nicht irgendwie rein komm schon komm schon so verankert sich nicht ne irgendwie blöde ich mich das ist dann nicht so recht was wegen so jetzt schauen wir mal dass wir ihn noch mal gerade erwischen und mit mehr geschwindigkeit ok ram geschwindigkeit das gibt es nicht die kralle schlägt nicht an jetzt tut sie nicht jetzt keine ahnung warum sie so lange gebraucht hat gott sei dank ich habe gedacht die kralle will aus irgendwelchen gründen gar nicht tun die zielt aber leider nicht als docking ärgerlich es zählt nicht als docking das war so ein bisschen meine hoffnung mit dem auftrag aber gut na gut es zählt nicht als docking dann sammeln wir jetzt trotzdem mal die ganze science ein so dann haben wir jetzt hier 15 experimente schon mal drin sehr schön so mit etwas glück natürlich nicht eventuell ist es aber einfach die die körper wahrscheinlich ist es immer sind es fällt sehr auf dass immer so universal storage dazwischen sind deshalb gehe ich davon aus dass der das problem ist so können wir freilassen den können wir freilassen der kann einfach hier bleiben gut soviel dazu ja natürlich also in letzten stanz ist das clipping aber es klippt ja nicht in einem anderen teil drin hier drin ist ein hoher raum den habe ich einfach gefüllt mit dem mit dem science container also es klippt nicht in einem anderen bauteil kann man sich jetzt darüber streiten was es ist so wir haben jetzt als nächstes icke dran nee ich muss noch irgendwo ich habe hier noch orbital survey material study data from high orbit high orbit above duna ich meine die ist in dem container drin das würde ich jetzt gerne noch mal sehen und raus senden flying ad das ist mit trail study wenn dann in space high over duna die würde ich raus senden um den auftrag zu erledigen strom ist kein problem sein gerade alles andere behalten wir erstmal das auch viel doppelt tatsächlich drin mal gucken müssen inwiefern wir das abliefern können so das haben wir auch noch mal ganz netter geld schub jetzt geht es nach icke raus wir müssen uns natürlich eine stelle suchen wo wir nach icke kommen mach ich nicht oft genug um echtes gefühl dafür zu haben ich würde sagen so muss reichen es ist nicht so weit und icke hat einen sehr großen catch radius schützt so 219 delta v wir haben noch eine probe mit dabei für icke also die werden wir jetzt auch auf icke benutzen ähm und wir haben verschiedene also wir haben zwei varianten von orbital surveys da müssen wir mal gucken ob wir das hinbekommen einmal material study data from low orbit above icke einmal material study from high orbit above icke einmal magnetometer high einmal magnetometer high also ich glaube den magnetometer das wird relativ easy und dann schauen wir mal dann schauen wir mal ich hoffe ich habe da hinten empfangen habe ich nämlich wahrscheinlich nicht ne habe ich nicht muss irgendwo hier da soll mein manöver fliegen so 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 müssen wir das hinbekommen den rest muss ich dann mit flight korrigieren ich komme sonst aus dem funkschatten nicht raus ja muss so ich würde das wahrscheinlich auch ein bisschen vorher fliegen müssen das ist jetzt ein bisschen ungünstig aber ist halt der funk verbindung geschuldet mal sehen ob wir das hinbekommen ist da aber ist eine relativ kurze zündung das wird jetzt spannend wenn wir da natürlich in dem moment den funk verlieren während das triebwerk noch läuft wird es relativ unangenehm ich probiere jetzt mal ein bisschen eher zu fliegen ich probiere jetzt mal ein bisschen eher zu fliegen den rest muss man mit flight dann korrigieren wow 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 wir haben ja natürlich ein starkes ungleichgewicht in der kapsel drin jährlich 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 Vielen Dank. Ich mach jetzt aus, das ist mir zu gefährlich. Ich krieg hier im Moment den Verbindungsabriss rein. Da ist er weg. Okay, jetzt schauen wir mal, wie weit sind wir gekommen. Ist da drüben, jetzt muss man mal schauen, wir werden da so wieder ein Signal haben. Gucken, ob das reicht, um es rauszudrücken. Vielleicht wird es wenn, dann lieber jetzt machen. Sieht gar nicht so schlecht aus. Okay, dann müssen wir so ein bisschen anheben. Okay, ist gar nicht so viel zu burnen. Das nehmen wir jetzt einfach mit. Ich fang ein bisschen vorher an. Einfach damit wir mit niedriger Leistung brennen können, damit dieser Ausbruch nicht ganz so schlimm ist. Herzlich willkommen. Ich fang ein bisschen. Ja, ich fang ein bisschen. okay das reicht mir den rest machen wir gleich und zwar wenn wir da drüben sind so gibt es eine ike forschungsaufgabe das ist jetzt die große frage gehen jetzt einmal gucken ob wir irgendeinen ike auftrag oder sowas aktivieren können oder alternativ das engineering ding ist halt so teuer das zieht uns kohletechnisch gleich wieder runter wir sind ja gerade eigentlich auf einem echt guten weg gibt es nicht okay aber wohl 11 kürbels holy shit 35 jahre er muss auf motorisierten rädern sein monopropellant 1500 units 6000 units of liquid fuel da denke ich mal nochmal nach okay wir fliegen also jetzt erstmal die ike mission ich meine ich habe ja zwei ike aufträge da müssen wir jetzt nur daran denken die ordentlich zu machen dann sollte das kein problem sein wahrscheinlich nicht die die ich haben will okay dann fliegen wir die machen unsere science sachen gucken mal dass wir vielleicht sogar das müsste eigentlich ganz gut hinhauen oder was braucht ike ike braucht 390 für eine landung ja die dinger sind das teil ist völlig oversized für ike dass wir vielleicht zwei sachen auf ike machen also zumindest mit dem material study und dem und dem mystery goo das sollte hinhauen so wie lange sind wir unterwegs paar stunden drei stunden insgesamt okay dann los okay dann müssen wir jetzt gleich einmal ein kleines manöver machen um den aufschlag zu verhindern das wollen wir nämlich nicht hätte das gedacht niemand hat die absicht auf ike aufzuschlagen ich denke 20 kilometer ist ein schöner überflug so dann haben wir das kostet ja auch nicht viel zack hallo dunna ne musik muss auch schon relativ nah sein da da ist ja die alte kartoffel so wir sind jetzt schon im influence bereich jawoll 2 minuten 32 noch zeit so jetzt noch mal genau gucken also was wir für uns magnetometer scan data from orbit high above ike ich weiß nicht ob wir den zweimal machen müssen aber was wir jetzt mal tun ist auf jeden fall zack die plot primary base wir machen magnetometer scan so oder so und senden den auch raus der hat für beide gegolten sehr schön so den ziehen wir jetzt wieder ein ach ne shit wir können die gleich nochmal loggen ich habe nämlich kein kein magnetometer scan so den können wir einmal mitnehmen falls wir das zeug sauber zeigen hey mr penguin king vielen dank für die bits zack so dann haben wir einmal magnetometer scan daten so und jetzt können wir die dinge ein bisschen zurückfahren damit wir hier oben arbeiten können hier sind nämlich ein paar instrumente noch drin die ich natürlich gerne nutzen würde die ich natürlich gerne nutzen würde um einmal die komplette bank an daten zu sammeln so wir brauchen mit schild study vom orbit high und orbit low jetzt bin ich gespannt ob wir beides machen können ob ich noch genug dabei habe so das geht auf jeden fall auch oder können wir hier mal vergleichsweise aufmachen was ich alles noch brauche das müsste doch eigentlich auch na gut eigentlich müsste das doch äh 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 to boldly go dinge geben oder verstehe ich nicht verstehe ich nicht copy dann so advanced gu unit die ist ja prinzipiell mal egal können wir jetzt hier einfach machen keep so so orbitotelescope geht auf jeden fall sehr gut also ich glaube science mäßig kriegen wir hier einiges rein sind auch immer schön große sprünge so das heben wir auf jeden fall auf so das heben wir auf jeden fall auf zack aber das loch gibt es schon in der sonde von daher kann da nichts mehr passieren bieb 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 soo material study haben wir noch nicht material study material study habe ich hier gar kein material study drin doch open bay doors soo observe materials bay soo den können wir jetzt auch schon mal rausschicken because i don't care ich will die mission nicht in ein paar jahren erledigt haben yep ok ist jetzt der letzte slot wahrscheinlich ok das heißt wir müssen low over mit dem material space aus diesem ding hier machen das heißt wir können nicht material space auf zwei ebenen tun ok haben wir es aufgeraucht schade schade ok gut 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 aber wir kommen der sache näher hi orbit bla bla so das eine orbital survey ist jetzt nämlich durch und uns fehlt jetzt noch das wo wir ein ne wir haben noch ein low orbit mystery guru alles klar jetzt sammeln wir mal alles ein was wir hier haben zack und jetzt hoffe ich hier ist noch eine observation drin ne der ist auch durch so wie es aussieht ok das heißt wir müssen beide leer ja ähm wir müssen cool ist dass man es auch wirklich sieht ne dass da keine kapseln mehr drin sind wir müssen mit der probe den low material study und low mystery guru den müssen wir auf jeden fall mitnehmen so ärgerlich es klingt obwohl wir können den machen während wir noch oben sind den machen wir während wir noch angedockt sind dann ähm der vierte länder geht auf ike raus der vierte länder geht auf ike raus merylix den hast du noch nicht verpasst wir sind gerade im anflug auf ike ähm also der vierte länder warte ich zauber mal für dich hängt hier hinten noch dran bisher haben wir nur die drei auf duna gemacht den vierten länder hast du tatsächlich noch nicht verpasst so dann sind wir hiermit erstmal durch oh ich habe stumpf mein manöver verpasst aber das ist nicht so wild äh das da come on come on come on also wir waren so auf 20 km hoch dann schwenken wir den orbit ein dann machen wir die beiden sachen über die über die außen hängende probe dann haben wir das nämlich schon erledigt dann haben wir nur noch einmal mystery goo gedöns die frage ist tatsächlich inwiefern dann recovery sich noch lohnt aber es ist eine andere diskussion so so jetzt kriegen wir erstmal den blackout klar so jetzt müssen wir jeden moment wieder empfang kriegen jawoll empfang ist da dann gehen wir jetzt retrograd und bremsen uns jetzt gleich mal in so einen schön orbit ein hallo also ich bin auf dem zeitrafen ich wollte schon sagen warum reagiert er denn nicht auf mich aber alles gut wir haben auch noch ein bisschen Zeit bis zur periopsis ich würde da mal auf 30 sekunden rangehen und dann fahren wir die kiste ganz langsam und ich würde jetzt hier nicht in einen riesigen äh oder einen ganz niedrigen orbit runter gehen sondern ich würde uns tatsächlich einfach nur in einem orbit fangen mit der haupt probe und den rest soll dann bitte die kleine probe machen dann brauchen wir nicht ganz so viel sprit um wieder zu entkommen mit der haupt probe das ist sehr schön da haben wir schon relativ gute umlaufbahn ich gehe jetzt auf 700 km runter fertig so weil dann wäre die überlegung dass später wenn der in die richtige richtung ausgerichtet ist zum beispiel so wie es jetzt gerade ist ähm zu nutzen um zu starten in richtung körben zurück ach das ist noch eine weile zeit wie es aussieht da ist noch eine ganze weile zeit ok also unser transferfenster öffnet sich erst in einem jahr und 237 tagen so wir müssten jetzt hier aber relativ safe auf in der höhe sein zack zack äh observe mystery goo space neike feuer frei so weil wir erledigen jetzt einfach erstmal ihren auftrag immer erstmal erstmal das wofür wir die kohle bekommen primärmission und danach sammeln wir noch weitere science daten ein und gucken dass wir die dann natürlich in einem möglichst guten zustand nach hause bringen so damit müsste jetzt nämlich jawohl das zweite der zweite orbite survey ist erledigt und wir sind kohletechnisch bei 3,6 millionen r&d bay ist so langsam richtig safe ähm das werden wir nicht hinbekommen das werden wir nicht hinbekommen der läuft vor sich hin aber wir haben jetzt nur noch drei aktive verträge das heißt wir können wieder ordentlich slots aufnehmen und jetzt lasst uns mal gucken was mich ein bisschen wundert ist die dings triggern nicht oder to boldly go löst nicht aus ich habe nicht das gefühl dass to boldly go auslöst ich probiere jetzt mal was aus also das ist äh das ist ja äh eekes lowland das ist äh biomsensitiv ok to boldly go will einfach wirklich ein biom dabei haben alles klar gut was wir jetzt machen ist hier noch am hauptsatelliten äh alles durch frühstücken was science gibt ähm soweit wie es irgendwie geht ok den kriegen wir gerade nicht wo gerade nicht ran so weil es eigentlich auch egal ist klippt der halt mal kurz so hat keiner gesehen hat keiner gesehen so das ist raus dann einmal den hier ein bisschen strom im auge behalten dass wir uns hier nicht irgendwie selber aus der umlaufbahn schießen orbital teleskop äh darf noch eine neue observation machen weil es scheinbar ein neues biom gefunden hat das gibt jetzt richtig kohle natürlich sooo soil moisture scan machen wir gleich ähm temperature scan wo sind sie wo ist meine da ne da lock temperature lock pressure data zack solarpartikel ähm kazi du brauchst was was ein biom auch vermisst also zum beispiel ein orbital teleskop dann scheint es zu funktionieren was ich allerdings etwas vermisse ist die bonuskohle von ich habe einen neuen himmelskörper erreicht aber anderes thema ich werde mich jetzt nicht beschweren so das ding kann glaube ich nur ein high orbit ja multispektralanalyse geht aber noch wo ist sie? da ist sie äh log imaging data kann auch direkt raus sooo und dann lasst uns folgendes tun wir machen hier jetzt erstmal zu ja 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 du hast komplett recht dark victory vielen lieben dank fürs follow und ganz herzlich willkommen bei den körmonauten Darth Retractor und Thermometer so ich wollte noch was machen nämlich hier schon mal alle Daten ansammeln sooo jetzt haben wir hier natürlich ein bisschen das Problem aber wir müssten auch so sauber wegkommen ehrlich gesagt ich trenne ihn jetzt mal ab das sollte kein Problem mehr stehen zack tut es aber nicht hab ich keine reaction wheels an dem ding dran ok cool das wäre richtig gut wie viel monoprop haben wir noch? ein bisschen ok ich hab mal wieder keine reaction wheels mitgenommen weil ich gut bin auf dem hauptsatelliten wow wie kann man das denn vergessen? egal wir kriegen das ding irgendwie wieder zurück nach hause wir haben noch ein bisschen ein bisschen monoprop am start so wo ist jetzt der soymoj zu scannen? ich hab den gesehen vorhin sooo so 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 na lauert ihr schon auf den ersten Fell ich finde es ist erst ein Fail wenn es dadurch kaputt geht so soymoj zu scannen da bin ich nicht mehr in Low Orbit? ne scheinbar nicht ok das machen wir nächste Runde dann gehen wir jetzt hier mal in Richtung Orbit Retro zack jetzt muss ich ecken und engine Solarpanel schon mal raus ah Solarpanel danke und zeigen wir auf irgendwas Schlimmes? nein erst mal ein bisschen brennen so rail in sollte auch ganz gut funktionieren wenn es eine riesige verschwendung von ressourcen ist und dann bremsen wir noch mal ein bisschen so ich würde sagen wir gehen jetzt erstmal auf einen schönen safen 20 km orbit und gucken uns an was es hier so zu holen wird die andere kiste dreht währenddessen ihre runden und wird uns hoffentlich einen guten relay geben also wir müssen jetzt natürlich durch den erhöhten orbit mit unseren antennen hier arbeiten weil wir sonst nicht lange genug verbindung halten können und wir werden ab und zu abrisse haben dafür muss ich jetzt mal erstmal das muster ein bisschen verstehen aber im moment ist es so dass er eigentlich auf diesem gesamten auf dieser gesamten schleife die hier nach außen dreht eigentlich ganz gut arbeiten kann das heißt wir könnten jetzt direkt die erste landung und probieren jetzt die ist gehen wir auf diesen schwarzen direkt da drauf gut dann verabschieden wir uns von unserer relay probe und hoffen das beste für uns und unsere gesundheit wird temperature scan bla ich glaube wir machen die sachen die wir haben dann wenn wir unten sind ich kann sie zwischendrin nicht leeren ich hätte gesagt es macht am meisten sinn wenn wir sie auf dem boden durchführen so lasert elite ist noch eine ganze weile für uns verfügbar das ist okay trust rate ratio ist auch sehr sehr hoch das heißt wir können sehr spät bremsen wir sollten aufpassen dass es nicht zu spät wird aber ich denke das passt so ich werde jetzt zum satelliten 200 kilometer das passt auch also alles in allem sollte das eine sehr smooth landung werden wenn nicht irgendwo sehr hoch ist sehr unerwartet ist es passiert weil und so Vielen Dank. Vielen Dank fürs Follower und ganz herzlich willkommen bei den Körbenorten. Tadaa! Das hier nennen wir Punktlandung. Uuuh. Eieieieiei. War ein bisschen knapp. Aber war okay. Let's take all the things. So. Wuh, wuh, wuh. Das hatten wir, glaube ich, vorhin schon gemacht. Suborbital flight landed on the surface of Ikea. Jawoll. Los geht's, würde ich sagen. Signs all the things. Signs all them things. Wir haben... Ah, riskiere ich danach noch einen Start. So, können wir eigentlich machen, ne? Wir machen erstmal den ganzen Wissenschaftskram. Das müsste richtig gut Wissenschaftspunkte geben. Eigentlich sind hier, glaube ich, sogar noch mehr Punkte drin, als auf Minmus, sag ich schon, auf Duna selber. Äh, das kann rausgesendet werden, aber... Das sind aber nur 4 Mids, das... Boah, das gibt so gut Kohle, ne? Guckt euch das an, wir sind fast bei 4 Millionen. Okay, das wird nicht funktionieren, klar. Das war ja eigentlich eine Backup-Duna-Probe. Log Seismic Data. Speichern 96 Science-Punkte. Nur dieses Experiment, ne? Ich liebe diese Animation. So gut. Und diese Geräte sind einfach echt cool gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. So, haben wir das. Jetzt bin ich richtig gespannt. 120 Cent. War das nicht fast ein Suicide Burn? Das war ein Suicide Burn, so soll er ja sein. So soll er ja sein. Also der war natürlich ein bisschen gesteuerter, das kann man auch sehr viel knapper machen. Aber man muss die Mission ja nicht mit Absicht versauen. Man muss die Mission ja nicht mit Absicht versauen. So, wir haben eigentlich alles. Das ist halt sehr cool, dass er diese Sachen auch speichert. Wir haben eigentlich alles, was hier hübsch ist und im Sinnmarkt eingesammelt. So, jetzt muss ich es abgeben. Ich ärgere mich ein bisschen, dass das mit der Kralle nur so richtig halb gut funktioniert hat. Vor allen Dingen, weil ich jetzt an der anderen Kiste gar kein SRS mehr habe, ne? Muss ich mich jetzt in die Kralle stürzen oder wie machen wir das? Wahrscheinlich sogar am sinnvollsten. Müssen wir mal sehen. Okay, ich starte jetzt erstmal so halbwegs. In seine Richtung. Das scheint nicht ganz falsch zu sein. Jetzt zieht er mal wieder von. Ist ein bisschen nördlich ausgerichtet, ne? Was? Ganz faszinierend. An dergutig ist zu drehen. so wir machen hier einfach ein manöver erstmal zum zykularisieren und dann harren wir mal die ob jetzt die da kommen ich würde ihn gerne da unten abfangen hier müssten wir relativ safe sorry ich kann euch nicht machen ihr habt leider schon ein experiment gespeichert wenn ich den armen gedockt bekomme also ich kann zwar keine material studies mehr machen und auch kein mystery die würde ich halt abgeben um aber es könnte sich trotzdem vielleicht lohnen noch mal runter zu gehen weil der tv mäßig und ja dark victory ksp tutorials werden auch wieder kommen im moment nur leider ein bisschen wenig zeit beziehungsweise die zeit ich dann habe nutze ich meistens für irgendwelche anderen sachen nicht für ksp tutorial videos und dementsprechend zieht sich das da gerade ein bisschen mit dem nächsten schritt ich hoffe das passt das ist ganz schön knapp über dem boden ne aber es ist ok wie es aussieht das ist hier gerade kein minion so jetzt müssen wir hier einmal den abgleich noch machen dass wir das sauber haben schon mal zack und dann werden wir wahrscheinlich einfach 2,3,17 orbits drehen müssen die geräte stammen aus einer kombination von universal storage continued 2 weiß ich nicht also das neue universal storage plus die magic orbital science wobei jetzt sowas wie sowas wie das labor und so sind glaube ich nur universal storage und stock gibt es halt ein labor genau aber die magic orbital science und universal storage beide zusammen geben dir diese schönen vielen experimente und natürlich dazu auch noch die hübsche optik so das neueste ksp 2 nichts was ich mitbekommen hätte großartig ich habe in letzter zeit aber auch nicht so aktiv geguckt weil ich weil ich ehrlich gesagt mal ein bisschen abwarten will bis aus spekulationen vielleicht ein bisschen mehr wie soll ich sagen gehaltvollere informationen dazu kommen wenn ich was gehaltvolleres weiß aus sicherer quelle werde ich das sicherlich sagen ich werde jetzt nicht anfangen irgendwie jedes us spekulations video auf deutsch zu übersetzen um ein paar klicks auf youtube zu generieren das ist das ist nicht so ganz meine art und finde ich auch ein bisschen schwierig da weil ich persönlich glaube dass solche übertriebenen hype szenarien dann einfach auch es im spiel unheimlich schwer machen diesen anforderungen gerecht zu werden so set as target dann gucken wir mal ja diese runde noch nicht verstehe ich mal gucken was nächste runde passiert achso aber das ist jetzt jetzt ist mein relay kaputt verstehe ich so sobald ich hier wieder ein bisschen musik drin habe müssen wir mal gucken wie wir die zueinander bringen schwierig ich glaube die verpassen sich jetzt gerade in der runde und gut ne ne da übersteuert bei mir nur die kamera so das wird jetzt leider eine weile dauern hier das heißt ich werde auch nicht rechtzeitig sein ich glaube ich bremse ihn doch runter wie viel delta wie hatten wir jetzt ach shit ich kriege ihn nicht gut gesteuert ne aber er hat ein gimbal oh bitte lass ihn ein gimbal auf dem triebwerk haben bitte lass ihn ein gimbal auf dem triebwerk haben müsste aber eigentlich so jetzt dreht er sich schon mal das ist gut ist aber noch high over sehr gut es funktioniert so wir haben 2029 delta wie das müsste eigentlich für den rückflug nach kürben ganz gut weichen jetzt gehen wir mal die achten minuten ran high over space near space near ist natürlich wie immer interessant achso because things are not working anymore in der d m m im m und das andere Matching Data aussenden, so und er hier wegen mir auch. Und raus damit, passt das, ja, so dann können wir hier nämlich noch ein bisschen parallel die ganzen Biome abgrasen und die Kohle kassieren, denn to boldly go ist to boldly go. So, das nehmen wir natürlich gerne mit, ah, ich weiß noch nicht, ob meine, er kann, du kannst nicht mehr, aber er kann, er kann, haha. Wie er ihn toggelt dabei, ist ja witzig. Raus damit. Was? Was? Wie bitte? Crazy. Achso, passiert jetzt irgendwas komisches. Willst du jetzt einen Körbel bauen? Was? Beste Preis. Für dich, Crazy, 2,5. Für dich, 2,5. Für Major, hm. Wo steht denn der Major? Uh, 1,6. 1,6. Normalen Körbel kann er sich leisten, ne? Uh, Crazy. Not bad. Not bad. Not bad. So, ich bin jetzt hier benutzt den Schub jetzt gerade einfach nur kurz, um, äh, um die Kiste auszurichten wird dann gleich anfangen zu brennen ich will den ultimativen Körbel ich verstehe ich verstehe der dich regelmäßig enttäuscht dann sollte er sehr dumm und sehr ängstlich sein da kannst du dich aber mit Major besser austauschen als mit mir der hat da gewisse Erfahrungswerte was Körbels angeht da werde ich jetzt nicht im persönlichen dumm und ängstlich sein aber er hatte mal genau so einen Körbel in einem meiner Raumfahrtprogramme er kann dir da gerne zur Seite stehen so, ich bremse jetzt um hier mal hallo, da muss man ja nicht gleich so überreagieren Herr Spanker Fräulein Fräulein so und jetzt hoffe ich, dass wir uns dann irgendwie demnächst mal noch haben wir kein Problem oh Himmels Willen macht doch sowas nicht lasst uns nicht Probleme haben so und schauen wir mal vielleicht ein klitzekleines Spaß-Biom noch was wir noch nicht hatten dann könnte das unsere 4 Millionen gewesen sein ja, das gibt gleich einen Verbindungsabriss ja, jetzt direkt hinterm Horizont liegt das unerforschte Land verdammt jetzt hoffe ich, dass es am Mountain Range das wäre es gewesen ist am Mountain Range mal gucken auch außerhalb des Funkabdeckungsbereichs also, was wir auf jeden Fall brauchen wir kriegen gerade wieder Funk rein was wir auf jeden Fall brauchen beim nächsten Mal an Duna ist, äh ein erstes Funk-Netzwerk sowas von ein erstes Funk-Netzwerk so, dann müssen wir mal gucken wir holen den jetzt nach und nach ein ich muss nur mal schauen so, da hinten ist jetzt so ein bisschen die magische Grenze bis wo wir mit dem Funk kommen mit Lenz, mit Lenz übliche Probleme und die übliche Lösung naja, gut wir brauchen halt ein ordentliches Relay-Netzwerk damit das hier irgendwie funktionieren kann möchte ja nichts so, jetzt müssen wir mal schauen nächste Runde müssten wir ganz gut mit dem Satelliten klarkommen na, jetzt müssen wir aber leider hier mal, äh ein bisschen nachkorrigieren da haben wir ihn nämlich schon überholt also der Haken ist zu groß jetzt müssen wir nur gucken wie wir das kombiniert bekommen mit, äh der Funkabdeckung also das allererste was wir brauchen ist wieder Funk vorher brauchen wir gar nicht diskutieren wie wir das hier fliegen so, ähm mein Part wäre ja zu sagen wir machen ein Manöver was eine Kombination aus Bremsen und Darüber Drehen ist ok, das ist prinzipiell schon gar nicht schlecht das Problem ist, dass wir drauf gehen dabei so, äh da ist Körben mutig machen wir aber trotzdem mutig aber machen wir was, was soll schlimmstenfalls passieren ich meine es ist eine unbemannte Probe wir wollen die Daten rausbekommen dafür muss man auch mal Risiken gehen ne dafür muss man auch mal Risiken gehen den wissenschaftlichen Port würde ich natürlich sehr gewissen wenn der funktioniert aber vor allen Dingen ist ja auch darum uns finanziell auf eine gute Ebene zu bringen so eieieiei Target Retro und zwar so schnell wie möglich so, wir müssen dann gucken dass wir auf Target Retro so gut wie eben möglich anpassen damit wir äh nicht irgendwo aufschlagen da unten kommt er wir haben noch also ich sehe seht ihr den Blue Dot? ja, ne oder? es sind ein bisschen mehr als ein Pixel aber so jetzt gucken wir mal dass wir hier es wird relativ knapp aber okay es ist ein es ist ein 6 Sekunden Burn so jetzt ist es so ich gehe eventuell drauf wenn ich so tief fliege und ich muss im letzten Moment meinen meinen Burn machen ich solange ich das da noch sehen kann gibt es eine Funkverbindung ich relaye ja über ihn also solange ich das noch sehe ist alles gut und wenn ich dann genauso schnell bin wie er bin ich auch in einem sicheren Orbit und dann können wir arbeiten sobald wir wieder auf der anderen Seite Funk haben was geht's was geht's okay cool dann können wir sogar noch ein bisschen pro Target fliegen jetzt um uns langsam anzunähen ich gebe mal nur so kurze Pulse jeden Moment haben wir jetzt Funkverbindungsverlust ein bisschen länger noch weil er ein bisschen weiter draußen ist aber wirklich nicht viel also wir müssten wirklich jede Sekunde jetzt den Funk verlieren da wäre noch ganz schön viel gegangen ne okay let's wait let's wait so wir werden jetzt ein bisschen an ihm vorbeidriften natürlich weil wir gerade nichts tun können dagegen aber wir müssten da wo unsere nächste nächste nahe Annäherung ist was immer er mir damit sagen möchte müssten wir ganz gut wieder Funk haben so das hat auch ganz gut geklappt dass wir das Manöver gemacht haben so und Delta V mäßig das sollte noch für eine Landung reichen das ist zwar dann nicht alles aber es ist halt eine Bonus Mission die ich eigentlich nicht mehr geplant hatte also quasi Bonus Science wir müssen jetzt schnell ran weil also jetzt man könnte jetzt langsam ist immer Spriteffizient und ich mache jetzt schnell weil naja unser Funkfenster ist halt zeitlich begrenzt also unser begrenzender Faktor ist gerade nicht so sehr Sprit wie es Wissen äh wie Science ist nicht so sehr Sprit wie es Zeit ist das wollte ich sagen deshalb würde ich gern in relativ kurzer Zeit rankommen so ich denke das ist ein fairer Deal ok there we go muss auch noch ein bisschen aufpassen dass wir nicht nicht rammen und den halt auch nicht mit unserem Abgasstrahlt treffen so jetzt machen wir hier einmal das Ding scharf und ist die jetzt als Target da drauf gesetzt ja quasi ne sehr schön ok da müssen wir jetzt ein bisschen jetzt wird es ein bisschen tricky was ich jetzt versuche ist quasi diese Probe ohne RCS ähm gegen das andere Ding zu docken ähm ja das wird bestimmt total witzig mal sehen mal sehen wie das so funktioniert wie das so funktioniert weil das Problem ist dass ich hier halt nur noch die RCS Düsen und Schub habe um zu steuern das würde ich gerne aufheben für den Rückflug hier wiederum habe ich ja schon noch ganz gut Sprit drin jetzt wird es lustig mal sehen mal sehen 57 Meter Anlauf um das Ding auszutarieren und auf Geschwindigkeit zu bringen so und jetzt würde ich gerne mit dem Arsch andocken tatsächlich gucken ob es funktioniert ich hoffe es rastet einfach stumpf ein ich hoffe es rastet einfach stumpf ein ja Gott sei Dank ganz schöner Impact aber wir haben die Probe gefangen ihr seht die Dinger gehen gerade ein bisschen aus dem Leim die müssen jetzt hier arbeiten um wieder dagegen zu kämpfen die Motoren können halt gegen das Trickhaltsmoment gerade nicht so gut ankämpfen die hätte ich vielleicht locken sollen oder sowas ist halt so so wir haben die Science Daten rausgezogen tatsächlich das heißt wir könnten uns jetzt noch mal auf etwas stürzen wo wir noch nicht waren wir hatten ja jetzt landed at bla 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 das können wir gleich noch mal nachgucken wenn wir schon mal da sind das ist cool first try schön dass es geklappt hat review store data seismic scan from Ike south eastern mountain range also da wollen wir nicht noch mal hin south eastern mountain range so aber wir würden natürlich schon gerne noch was spannendes erforschen vielleicht hier vorne irgendwo was mal gucken das sieht auch sehr mountaineerig aus und wir könnten da jetzt hin wie gesagt das hier fängt sich gerade so ganz langsam wieder hoffe ich ok man muss noch einmal dran rumspielen dann kommt er wieder klar vielleicht locken wir euch einfach mal genau auf dieser Höhe was haltet ihr davon cool dann muss euch das nicht mehr passieren und alle sind ein bisschen glücklicher okay release zack zack so wir gehen orbit retro weil wir es können und kurzer schub erst mal weg hier und dann langer bremsschub hätte ich gesagt wir sind ja quasi schon da und ich hoffe natürlich dass mein relay lange genug bei mir bleibt um mich diese landung machen zu lassen das ist das ist das risiko was ich jetzt gerade ein bisschen sehe dass das über dem horizont verschwindet ehrlich gesagt bevor ich auch nur ansatzweise da unten bin mal gucken sieht aber so schlecht nicht aus ok also wir müssen jetzt eine schnelle landung machen damit wir halt wirklich diesen relay noch haben deshalb gehen wir jetzt wirklich im suicide runter also so richtig suiciden schlecht gerechnet ist suicide mal wieder aber ich weiß nicht inwiefern dieser bergkamm uns gleich ein bisschen den tag gedürbt sieht auch ok aus 13 sekunden haben wir impact schluss 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 fahrzeug steht wir gucken mal was wir so an signs einsacken können toggle und loggen raus damit direkt so deploy und deploy locktemperature lockpressure data zack und ein seismic scan noch hinterher zack ok damit haben wir eigentlich einen ganz guten deal gemacht und wenn wir jetzt schnell und schnell und flach hinterher fliegen kommen wir hier sogar noch direkt weg das heißt wir machen ganz ganz schnellen sprung wieder nach hause das target orbit das sind ungefähr 90 grad leicht nördlich ok los geht's no risk so ist die fliegt auf 20 kilometer höher das heißt wir fliegen tiefer schön über den boden schramm das war zu schnell schon ich muss ein bisschen gegengremsen ich will nicht höher kommen als er ich will nämlich aufholen dafür muss ich niedriger sein ok sieht gut aus 57 km distanz sinkend muss man nur aufpassen wann wir verlust vom funkkontakt haben da aber noch nicht ok wir haben noch unser relay am start zu dem zeitpunkt sieht also alles noch gut aus sieht alles noch gut aus da ist er der blaue punkt von dem wir unser funksignal kriegen so wir haben schon mal verkürzt auf unter 50 kilometer auf jeden fall jetzt müssen wir noch schnell den orbit finalisieren das müssen wir nur aufpassen wie gesagt dass der blaue punkt noch nicht zu weit von uns weg ist sieht doch gut aus sieht alles noch gut aus so wenn wir das jetzt noch mal hinbekommen noch mal anzudocken mit den wissenschaftsdaten das wäre sehr sehr zucker so ihr seht da hinten bauen wir jetzt quasi unser encounter direkt on the fly zusammen 20 15 12 10 ich glaube mir geht nicht ja 15 16 ok wir werden da hinten sogar schon wieder empfangen haben sieht also gut aus dass wir wirklich 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 gut arbeiten können wenn er jetzt nicht irgendwo unerwarteten berg in meine quere kommt sollte das eigentlich ausreichen wie viel science braucht man für ein kerbel mit ausrufezeichen perks achso science das ist noch nicht umgestellt das stellen wir dann zum 31 10 um der liebe neo hat schon ein entsprechendes excel sheet vorbereitet ich habe es aber nicht auswendig gelernt ich kann es dir noch nicht sagen man wird ein bisschen was sparen müssen so wie mit den anderen punkten auch also das wird nicht mal eben so passieren weil das soll ja vor allen dingen auch für diejenigen da sein die regelmäßig zu gucken aber ich weiß es nicht das ist ein schlicht und ergreifendes ich weiß es nicht genau so target ach scheiß drauf ich gehe direkt pro red let's do this so machen das wieder auf die gute alte variante 350 meter pro sekunde reicht auch noch dass wir 2,0 sehr schön nicht mal zwei minuten ich überlege was ich mit der probe dann mache ich glaube ich werde die hier im orbit einfach zurücklassen oder wie crashen sie auf ike als einschlagskörper auf jeden fall nehmen wir sie nicht mehr zurück also so viel kann ich euch schon mal verraten ähm wir werden jetzt noch einmal versuchen wie gesagt mit der anderen probe zu verheiraten damit wir die wissenschaftsdaten abzapfen können so 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 denn dann sind wir hier glaube ich fast fertig fast fertig im sinne von ähm im sinne von schadet nicht hier nochmal ein bisschen dran zu arbeiten ähm weil wir noch zwei biome haben ähm wo sich sicherlich mal eine konstellation ergeben wird wo wir mit dieser probe noch äh Funkkontakt haben und über den biomen sind das dauert sicherlich noch einen kurzen moment so brems uns einmal die kisse ein so und jetzt schauen wir mal dass wir ihn wieder so satt treffen wie eben und ich weiß nicht ob wir es wieder mit 1, irgendwas metern machen müssen aber so einen meter pro sekunde sollten wir schon drauf haben so 1,6 war vielleicht ein bisschen viel falls man nicht sauber trifft gut und jetzt äh fingers crossed meine lieben fingers crossed ich hoffe wir treffen ihn wieder so sauber wie wir das eben hatten und kommen auch so sauber in einen dock rein oder in einen griff ist es ja eher greif me if you can please ja sieht gut aus nice diesmal hat es auch nicht die antennen zerschlackert weil sie vorher gelockt waren sehr gut ah docken docken kann er in allen situationen ne wenn ich sonst nicht viel kann docken kann ich so wir haben jetzt noch also nicht mehr genug für noch eine landung tatsächlich das heißt ich würde jetzt einfach vor den feuerwerks ich glaube die dinger können nicht relayen ich glaube es sind keine keine relay fähigen antennen sind die relay fähig ich meine nicht aber im prinzip können wir sie auch hier zurücklassen denn tut ja nicht weh tut ja wirklich nicht weh so was wir jetzt hier noch machen können ist nochmal gucken ob wir mit dem raumschiff es noch schaffen irgendwann über dieses andere biom zu gelangen also dadurch dass sich das nach und nach verschiebt in 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 the orbit müssten wir irgendwann die möglichkeit bekommen noch ganz schnell die sachen rauszuhauen bevor bevor wir den funkkontakt verlieren irgendwann das kann jetzt auch sein dass wir es jetzt erstmal zurücklassen ich probiere jetzt nochmal einen anflug weil wir haben ein paar orbits seitdem gemacht in der hoffnung dass wir dass wir das hinbekommen ich bereite jetzt auch mal die geräte vor was ist hier mit euch eigentlich schwer los wer hat euch denn auf sorry war doch gelockt ok einfach anzeige bug so damit wir vorbereitet sind falls wir das ding bekommen können wir nicht sehr schnell die experimente abfeuern so das wird jetzt eine knappe geschichte also irgendwo hier am übergang unseres signalverlust also ist noch ein kleines stückchen wo jetzt kommt auch noch duna mit dazu ne das macht es natürlich umso beschissener das wird nix gleich verlieren wir das signal denke ich mal was ist denn montenridge ok das ist es noch nicht signal weg na wo ist er da kommt es eigentlich jetzt hier im moment aber wir sind noch weiter davon weg das heißt der jahreszeitliche rhythmus mit denen oder der der die wie die orbits zueinander stehen spielt im moment nicht unbedingt in unsere hände und ich habe ihn abgegrast dieser south eastern mountain range ok die ist jetzt wirklich sowas von auf der anderen seite aber die ist doch später erst oder ich muss jetzt nur einmal rumfahren um es für mich selber zu wissen also eigentlich hat man noch zwei biome ich habe funk verbindung jetzt ok die eastern also dann fehlt uns nur noch die south eastern sehr gut das sind nämlich auch noch mal zwei zwei weitere science blöcke plus 50.000 von to boldly go damit haben wir die vier mille jetzt geknackt das heißt wenn dann der andere noch mit seiner mission fertig ist sind wir bei fünf mille tatsächlich 150 zuschauer hallo 150 menschen ich habe die zahlen ausgeblendet ich weiß das nicht ist mir egal aber schön dass ihr da seid schön dass ihr zuguckt und ich hoffe ihr habt ein bisschen spaß genau das andere biome müssen wir jetzt warten das ist jetzt wirklich direkt auf der anderen seite von von ike da hinten ist übrigens körpern zu sehen ganz ganz klein wenn ihr genau hinguckt am handy wahrscheinlich nicht aber auf 1080p sollte man es erkennen können wir müssen ein bisschen warten ich denke mal ein paar monaten wir haben jetzt zeit also unser rückflug ist in einem jahr 236 tagen also anderthalb jahren gut und gerne wir werden hier ein paar monaten bestimmt mal wieder vorbeigucken und schauen dass wir das andere biome vielleicht noch kriegen und dann wenn das startfenster kommt fliegen wir zurück mit dem ziel natürlich mit dem ziel natürlich diese wissenschaftsdaten die hier oben in der kapsel eingebaut sind also ich habe das ist im prinzip ist das eine komplett autarke lande kapsel also alles hier ist ein heat shield dran ich kann das dekappeln wenn ich schaffe das auf den wiedereintrittskurs zu bringen in richtung kürben kann ich potenziell damit naja landen und die wissenschaft noch abliefern und das ist eigentlich die idee dahinter diese ganzen sachen die ich eingesammelt habe dann muss ich sie nicht raus funken aber das dauert dann natürlich ein bisschen bis wir diese science kriegen wenn ich übermäßig viel sprit übrig habe ah ne ich habe vergessen reaction wheel reinzubauen also ich werde es landen wenn dann ok das heißt aber für uns wir können hier erstmal in den sack hauen für heute also an an duna und ike und jetzt mal gucken wie wir weitermachen mal gucken was uns die mission so bringen ja mac ist zur station bringen wäre schon toll aber ich sehe noch nicht wie das klappen soll mit den mit den vorhandenen delta v das könnte ganz schön knapp werden müssen wir mal gucken ob das hinhaut müssen wir wirklich mal gucken gut wir haben missionstechnisch noch offen duna stoneback explore duna also vessels docken und so weiter das geht jetzt noch nicht das müssen wir beim nächsten mal machen return to kerbin from orbit of duna das äh könnten wir hinbekommen äh der hier läuft schon so der wird irgendwann fertig sein was wir jetzt machen können wir können hier mal upgraden das war teuer das war so das ziemlich teuerste upgrade aber auch was uns noch ins haus steht also das hier ist alles für lefans dagegen das heißt wir können jetzt coole neue überlegene technologien holen und zum thema überlegene technologien wir können auf der raumstation nochmal frischen saft einsacken wir haben hier nämlich noch zwei tage eine stunde und vier und 40 minuten ähm ich übersetze das labor so oder so fast voll wir können das auch jetzt abholen das nächste startfenster steht hier schon von duna nach kürbin ist in einem jahr und 178 tagen wir haben also noch ein bisschen zeit uns darauf vorzubereiten mein ziel ist es jetzt natürlich mit dem freigeschalteten ähm mit dem freigeschalteten r&d dafür zu sorgen dass wir bis dahin so ziemlich alles vorbereitet haben um da auch wirklich mit körbels hinzufliegen damit wir damit wir da ordentlich was rausholen so naja genau den hat man noch kassiert sehr schön gut jetzt aber erstmal zu den wissenschaftsdaten hier ist nämlich unsere große unsere große science generierungsmaschine die immer noch frische daten bereit liegen hat die wird jetzt erstmal raus die wird jetzt erstmal raus geschickt und dann füllen wir die daten wieder neu auf die kiste macht im moment ich glaube alle 60 tage 500 science punkte und noch haben wir ein bisschen was im backlog also wir haben jetzt noch sieben experimente ich glaube mit jedem zyklus den ich durchforsche kann ich wieder genug daten von zwei experimenten reinlegen dass dieses science over time wenn man die daten halt nicht direkt abgibt sondern wenn man sie zum labor bringt ähm das deutlich deutlich mehr science abwirft wenn man sich ein bisschen zeit lässt und da ich ja die transferfenster zu anderen planeten brauche apropos transferfenster zu anderen planeten wir können mal gucken in 82 tagen wäre eine eve mission machbar wir können mal gucken was auf eve möglich ist vielleicht machen wir da auch ein drohnenprogramm tatsächlich 82 tage ist nicht so weit hin das ist nicht so weit hin da könnten wir nämlich auch noch mal ganz gut science abholen ähm die ike daten wie gesagt ich würde sie gerne zum lab bringen aber ich muss mal gucken was die was der treibstoff sagt ähm weil ich glaube nicht dass ich eine komplette interplanetare bremsung noch hin bekomme ähm müssen wir sehen müssen wir sehen ich kann es euch nicht versprechen im worst case will ich sie wenigstens anlanden wenn äh aber der punkt ist die werden deutlich nach dem nächsten start zurück sein guck mal weil der nächste start von duna nach kürben ist in einem jahr 178 tagen plus 200 tage transferfenster oder was immer das dann dauert und dann ist aber wenn ihr hier mal guckt da sind so 50 tage dazwischen nicht ganz ähm 48 sind sie ne ja ich meine 48 müssten es sein wenn ich mich jetzt gerade nicht verrechne äh in der zeit komme ich nicht von duna zurück das heißt diese wissenschaftspunkte die ich jetzt gesammelt habe an duna spielen keine rolle mehr für das nächste transferfenster nach duna das sind wirklich langfristige daten ähm die ich irgendwann mal brauche die überlegung war eher zu sagen ähm zum einen wir schicken nochmal ein sehr gut ausgerüstetes und potenziell jetzt mit ein bisschen mehr science aufgebieftes modul raus nach eve äh um dort eine roboto äh erforschung durchzuführen also props basierend nochmal ähm das könnte uns noch richtig was bringen und hier eventuell im kürbensystem für daten die hier im labor noch bearbeitet werden können äh zu bildern so gut jetzt füllen wir hier erstmal wieder alles mit einem großen tank stützen ein so wie ihr seht haben wir jetzt noch drei experimente drei große experimente wenn ich es richtig sehe den will er nicht will er nicht will er nicht will er nicht vielleicht will er die auch alle nicht eventuell sind wir auch kein thema äh müssen wir mal sehen auf jeden fall haben wir jetzt nochmal 48 tage also knappe 50 tage bis das labor nochmal 500 science ausspuckt und wir haben 2000 science punkte zur verfügung mit denen wir jetzt ein bisschen spielen gehen können das wäre so der plan zumindest hinter der ganzen geschichte ähm und da würde ich sagen schauen wir uns doch jetzt mal an was das wissenschaftslabor uns zu bieten hat bevorzugt natürlich dinge wie neue experimente effizientere antriebe und die ersten schritte ähm richtung kolonisation äh ein zweites labor an der station ähm so eingeschränkt es gibt es gibt ein größeres labor das würde schon mehr sinn machen wo man mehr daten einlagern kann das wäre so für die duna station später glaube ich ein thema tatsächlich ähm ich weiß gar nicht ob wir da schon rankommen oder ob es das schon ob es das schon gibt irgendwo irgendwo gibt es ein größeres labor ich bin mir eben noch nicht sicher wo drin das versteckt ist kommt das hier irgendwann bin mir nicht ganz sicher irgendwo gibt es auf jeden fall ein größeres labor wir werden schon drüber stolpern wenn es weit ist so ähm die überlegung wäre natürlich mit short term habitation die tür aufzustoßen um zu gucken was hier hinten auf uns lauert in richtung kolonisierung ähm jetzt lasst uns aber mal von oben durchgehen was hier so auf uns wartet improved nuclear propulsion gibt uns natürlich noch bessere ähm nukleartriebwerke mit einer höheren effizienz 840 isp wir haben jetzt im moment 650 beziehungsweise 800 ist ein bisschen was wenn wir mit dem pilotdingsbums fliegen kriegen wir 2,5 prozent obendrauf das macht es jetzt auch nicht so viel besser so hier kommen die großen triebwerke das ist tatsächlich nicht ganz uninteressant ähm die route weiter zu verfolgen das vektor triebwerk wäre natürlich für eine neue größere variante unseres unserer jetzigen rakete relativ interessant wir fliegen ja jetzt mit was haben wir denn für triebwerke außen dran das wird mich sehr interessieren weil das vektor triebwerk wäre eigentlich für die ich sag mal die mk2 variante unserer felte nein also das nächste die nächste aufbaustufe wäre eigentlich ziemlich cool wenn wir die mit den vektor triebwerken bauen würden das wäre auf jeden fall also das ist auf jeden fall für mich in der sehr nahen auswahl und ghost stalker vielen dank für den resub im fünften monat vielen vielen dank und weiterhin ganz viel spaß beim zugucken so large volume containments das sind so die crew tanks why not hier kommen so ein bisschen inflatable workshop das ist nicht ganz uninteressant fürs bauen mobile workshop für oben hier kommen halt so ein bisschen die ganzen adapter thematiken tuner airlock das ist auch nicht ganz uninteressant weil der inflatable workshop ist echt cool mit dem können wir dann halt der kann automatische repair aufgaben übernehmen wenn ingenieur mit dabei ist das ist ein ground workshop und der kann halt machinery herstellen wie sieht man es auch er kann mit trill kids das wäre so die der erste part eigentlich mit trill kids herstellen kann andere workshops boosten ja ich habe dort ja ja den fänd ich schon mal spannend also auch die zwei man mehr ver trazieren ziemlich ganz interessant Stabilisierbeine und ein Kran Wahrscheinlich auch nicht ganz uninteressant, um Basebuilding zu betreiben Ich bin da immer nicht so super begeistert von Einfach weil ich es noch nicht oft benutzt habe, ehrlich gesagt Das hat gar nicht so viel damit zu tun Wir müssten aber vorher das kaufen Um hier weiter zu kommen Hypersonic Flight reißt mich nicht so So, so sehr Vom Hocker Auch wenn Aerospike drin ist Der Aerospike hat halt relativ gute At Sea Level und Vakuum Werte 290, 340 290, 315 Aber der ist dann halt eher für die First Stage tatsächlich gedacht Experimental Iron Dynamics Oh, nett Alles ganz nett, aber im Moment nicht so Das hat so dieses hin und her Gefahrzeug Oh, neue orbitalen Command Ports 1, 3, 1 Der Orca, okay Okay, der hat Antriebe, wenn ich das richtig verstehe Beziehungsweise gibt es irgendwie Rocket Packs für CSC, okay Also wahrscheinlich sind das Das so ein bisschen Glaube ich die Die Der Dragon Kapsel Nachempfunden So Okay, hier sind ein paar Experimente Gas Separator Atmospheric Sound Ja Okay, es ist ein Ressourcen Scanner vor allen Dingen ScanSat Da geht es langsam los, dass wir Ressourcen abbauen können Okay, auf jeden Fall auch sehr interessant Advanced Science Tag Ja, hier ist das, hier ist das Science Laboratory Was ich erwähnt hatte Hier ist besagtes Science Laboratory Iron Propulsion Natürlich immer ein Thema bei mir Einfach, weil ich Probleme habe Große, schwerwiegende Probleme habe Was Ion angeht Es scheint so eine Art Fetisch von mir zu sein Die Oversized Signals Intelligence Antenna Ja, die Tanke müsste auch fertig sein Also wie gesagt, deshalb ist ja auch Advanced Science Tag Mit den ganzen Bohr und Umwandlungsgeschichten auf jeden Fall Eine Maßnahme So Hier ist natürlich Sehr gute Antennen Große Relay Antennen Was auch wichtig wäre Auch nicht schlecht Ist aber das Problem Ist im Prinzip alles wichtig Alles ist super Und alles ist wichtig Batteriebanks Auch echt schöne Sachen mit dabei Aber eher so Stromkram Das ist halt einfach super teuer Das Ding Leider Auch wenn es mich optisch immer sehr anspricht Okay, fangen wir mal wieder an mit den Sachen Die total, total wichtig und unverzichtbar sind Also, was wir auf jeden Fall machen müssen Ob ich darauf Bock habe oder nicht Ist Ressourcenherstellung Da sind auch ein paar nette Experimente noch mit dabei Eins Zwei, die mir spontan mal so ins Auge stechen Bestimmt auch noch irgendwas anderes Physical Science Unit Kit Ah, sehr schön Seismic und Gravity Data sind in einem Ding da mit drin Wir kriegen, glaube ich Einiges an Umwandlern Ja, das wird gekauft Das steht gar nicht zur Debatte Also wird sowas von gekauft Und wir kriegen Scanning Ähm Ja Punkt Fertig So Was passiert hier danach? Artimo Clerica Vielen lieben Dank fürs Follow Und ganz herzlich willkommen Bei den Kerbonauten Radial Atmospheric Scoop Atmospheric Partikel Scoop Okay, das sind so die Dinger Mit denen man dann Atmosphäre reinzieht Um Gas draus zu machen Oder sowas Normalerweise Großes ITU Processing Carbonite Other Resources Okay, ist ein Scanner Ist nett Erstmal die Antriebe tatsächlich Dann können wir uns mal ransetzen Nächste Folge Und die Rakete vielleicht ein bisschen aufpimpen Vielleicht machen wir es auch Was sagt denn die Uhrzeit? Oh, das könnten wir auch diese Folge machen Ehrlich gesagt Ehrlich gesagt könnten wir es auch diese Folge machen Short Term Habitation Würde ich aus strategischen Gründen Glaube ich Nehmen Weil ich Diese Module Da sind die ganzen Aufblasmodule drin Und Ich komme damit glaube ich In den nächsten Part rein Hoffe ich Ehrlich gesagt Ja Okay, sehr gut Das ist nämlich wichtig Weil jetzt wissen wir schon mal hier Tausend Für die Entsprechenden Module Um drauf aufzubauen Also das ist echtes Base Building Jetzt Mit dem wir da anfangen Und die Aufblasbaren Module Helfen uns auf jeden Fall Schon mal Für die Für die Minmus Basis So Um da dann Ressourcen abzubauen So Und die Frage Ist hier schon Ein Scanner mit dabei Haben wir was Um die Ressourcen auch Aufzuklären Das wäre die große Frage Bevor wir jetzt Sinnlos Kohle raushauen Also gut Wir haben Jetzt nicht mehr genug Um im 550er Segment Zu arbeiten Müssten wir mal Einmal gucken Also ich glaube Kohle sind wir Erstmal ganz gut losgeworden Also Kohle Science Punkt ist immer ganz gut Losgeworden Jetzt lasst uns mal schauen Ob wir bereits Einen Ähm Einen Scanner haben Um auf Minmus Nach Ressourcen Zu scannen Prinzipiell Wäre das eine gute Maßnahme Wenn nicht Muss ich mir mal Den Kopf machen Und nochmal intensiv Gucken Wo es das Ding gibt Ich hätte es jetzt Bei Science vermutet Da ist er M700 Survey Scanner Also ich habe ihn schon Haben wir Minmus Schon gescannt? Ne ne Entry Coast 4500 Also ich kann den noch Nicht gescannt haben Because of Ist noch nicht da Okay Lasst uns folgendes tun Wir bauen Ähm Wir bauen jetzt Unsere Rakete Ein bisschen um Und wir bauen Und wir bauen Und wir bauen als Test Satelliten Einen Scansatelliten Für Ähm Minmus Und ich guck mal Und ich guck mal Ob ich dafür Jemand dafür bezahlen lassen Das Ziel muss immer sein Jemand dafür bezahlen zu lassen Dass wir uns Dinge angucken Die wir eh getan hätten Ähm Ich überlege gerade Wegen diesem Engineer Fokus Hashtag EVE Probes Was sagt ein EVE Probes Cannot have more than one Crude or uncrude Synergy active At one time Blablabla Landed on the moon Or Minmus Must not have performed A crude flyby Of EVE Haben wir nicht Must not have landed On EVE Haben wir nicht Blablabla Okay wäre okay Land probes In three different Biomes On EVE Penalty blah Will be applied If cancelled Before the objective Is completed Penalty of blah Will be applied If cancelled Before the objective Is completed Machen oder Spricht ja nichts dagegen Wir werden Werden wir Vor EVE Also in 82 Tagen Ist In 82 Tagen Ist das Zeitfenster Vorher fliegen wir Nirgendwo anders mehr hin Okay Dann bestätigen wir Jetzt erstmal EVE Probes EVE Probes Wir fliegen auch nicht so oft Nach EVE Das ist auch mal Eine andere Geschichte Wir werden mit drei Probes auf EVE landen Ich glaube wir werden das Wir werden da stark Auf das DUNA Konzept Aufbauen Aber es technologisch Vielleicht ein bisschen Updaten Wir haben ja jetzt Ein paar Sachen Von DUNA gelernt Was wir so nicht Nochmal machen wollen So jetzt gucken wir Aber mal Holy shit Launch im Prinzip Zu allen So Science data From surface of Minmus Nope I would love to Oh guck mal Da unten sind Sachen Scan Satsurveys Irgendwelche Surveys Oh guck mal Kontakt in M700 Resource Scan Satsurveys Auf Minmus Fuzzy Resources Scan Auf Minmus 75% Completed Muss ich mir gleich mal angucken So Wie viel gibt es hierfür Das lohnt sich eigentlich Nicht wirklich Oh wir können mal wieder einen Körbel retten Oh nicht ganz schlecht Wir haben Science data Vom surface of Eke Die nehmen wir einfach mal an Weil die haben wir eigentlich schon erledigt Hallo Die muss ich ja nur noch zurückbringen Ja aber die Körbel rettung ist im orbit vom moon Ich glaube wir nehmen den mal an Dann können wir den demnächst mal machen Weil ich habe gerade keine slots frei Dann kann ich trotzdem jemanden von euch ins raumfahrtprogramm bringen Von meiner warteliste So einen haben wir noch Service of Minmus Plant flag of Minmus Wie viel Zeit haben wir dafür Zwölf Jahre Ich möchte mir den gerade gerne freihalten Ach guck mal Rescue Kerpond from orbit of Körben Da machen wir mal eine schöne Rettungsmission Vielleicht nächste Nächste Folge oder so Wann ich immer streame Ich streame immer am Sonntag um 18 Uhr Hardcore Colonization Und im Moment am Dienstag Um 20.30 Uhr Normalerweise Seven days to die Und am Donnerstag um 21 Uhr Ähm Körbel Chaos Du Äh Genau Es gibt einen Kalender Man kann es auch auf meiner Kanalseite sehen Da sind die Termine eingetragen Und ansonsten Ausrufezeichen Discord Ich mache jede Woche im Chat Auch eine Ankündigung Welche Streams diese Woche stattfinden Und sage auch Bescheid Ich fahre zum Beispiel Äh Jeden Tag mit der Bahn Von der Arbeit nach Hause Das funktioniert halt Nicht immer so gut Wie ich mir das wünschen würde Äh Und dann fällt auch mal ein Stream aus Und damit ihr dann hier nicht sitzt Und denkt so Wo bleibt ihr denn Äh Schreibe ich im Discord Immer die Sachen rein Also tatsächlich Viele viele Quellen Und Die Schnellste und einfachste Meiner Meinung nach Ist Discord Weil ich da im Neuigkeiten Channel Immer Äh Updates schreibe Äh Vor allen Dingen Wenn sich kurzfristig was ändert Ist Discord Der beste Ort Um es mitzubekommen Tatsächlich Bonus Stage Ganz viele Körbelspieler Sind im Discord Und man kann sich hervorragend Über KSP Und andere Raumfahrtthemen austauschen Weil es ja auch ein Chat ist Den ihr einfach benutzen dürft Wie cool ist das denn Ich glaube da sind 3-400 Leute mittlerweile drin Was sehr sehr cool ist Dafür ist noch relativ wenig Aktivität Aber ihr dürft da gerne auch reden Der ist nicht nur da Damit ich meine Ankündigung schreibe Sondern es gibt da auch Tatsächlich echte Unterhaltungs Channels So jetzt lasst uns aber An der Rakete bauen Ich muss jetzt nochmal Den Auftrag richtig verstehen Funktioniert jetzt Der Scanner anders Er hat ja gesagt Ein M700 Resource Scan Er sagt M700 Resource Scan Der Plan Ghost Stalker ist wie immer Wenn ich Zeit habe Und das ist leider auch genau das Problem dahinter Warum das gerade so lange dauert Fuzzy Resources Scan Ist das denn korrekt? Okay der muss 250 Kilometer hoch sein Best sagt er hier 150 Kilometer Ist das korrekt? Dieses Fuzzy Resources Scan Auf minus 75% Das macht mir Ein bisschen Sorgen Weil das ja eigentlich der normale Der normale Scan-Sat-Modus ist Aber wir schauen jetzt einfach mal Also Einfache Geschichte hätte ich gesagt Relativ einfache Geschichte Wenn es nicht so hässlich aussehen würde Da muss ich aus rein optischen Gründen Noch ein Bauteil dazwischen packen Zack Dann kommt hier So der ist dann so deployed Dann kommt natürlich Mein Strom Was ist der hier? Ja Kommt mein Strom da drunter Einer reicht wahrscheinlich auch Was soll der Geiz? Lass uns zwei nehmen Was soll passieren? So und dann nehmen wir Ne das Ding wird auch nicht zurückkommen Ja guck müsste ich erst freischalten Dann ist es egal Wir nehmen zwei von denen hier Zack Dann haben wir hier nämlich Solarpaneele die quasi Nicht von der Antenne verdeckt werden Retract So und dann machen wir da Kleines einfaches Raumschiffchen raus Ich würde jetzt erst mal hier Ein ganz einfacher Probe bauen Um so ein Erstes mal Einen Testflug zu machen Zack Mit der geupgradeten Rakete Spricht irgendwas dagegen das zu tun? Eigentlich nicht Eigentlich könnten wir einfach auch Weil es geht Noch ein Relay positionieren Der wird ja in der Umlaufbahn bleiben Diesen Combinable Also können wir es auch richtig krachen lassen Mit den Dingen Ein richtig guter Fernsehempfänger Filmen muss Rektionobil ist schon dran Ich lerne dazu Ich lerne langsam Aber ich lerne dazu So damit haben wir eigentlich auch genug Empfang Für immer Für sowas von immer Hotel Oh Hotel sieht sowas von viel besser aus Ja So Freunde Minmus Resource Scanner Darf ich vorstellen Gleichzeitig auch Der Monster Relay Satellit Vor dem Herrn Der draußen dann an Minmus In einem Polarorbit bleiben kann Hat 416 Delta V In der Atmosphäre Wir stellen jetzt mal um Auf Vakuum Da hat er irgendwie 1700 Knapp So Sehr schöne Sache Dann werden wir den jetzt Auf ein Ne Den packen wir jetzt In unsere In unsere Rakete rein Und zwar Was ich machen wollte war Den Knuton Launcher Also unser Unser anerkanntes Launcher System Mit dem wir zur Zeit arbeiten Ein bisschen zu updaten Aufgrund der Vektor und Triebwerke Auf die ich schon lange Gegeiert habe Ehrlich gesagt So Das heißt wir nehmen Natürlich die Die Knuton Upper Stage Und werden das ganze Ding hier Was heißt Oder berührt das sich Irgendwie komisch Ist gut aus Okay Ist knapp Aber geht So Die Knuton Upper Stage Nehmen wir Also Stage 2 Nehmen wir einfach So mit wie sie ist Die ist Völlig in Ordnung Die ist auch Völlig Overdone Aber das ist ein anderes Thema Jetzt nehmen wir Jetzt nehmen wir den Stage 1 Launcher So und den werden wir Jetzt ein bisschen anpassen Weil wir ein paar neue Spielzeuge haben Hätte ich gesagt Und die neuen Spielzeuge Würde ich natürlich sehr gerne mal ausprobieren An unserem Launcher Dafür kann der gerne ein bisschen nach oben Weil dann kann ich besser arbeiten Das kann auch weg Das kann auch weg Ist ja alles Ist ja alles gespeichert Von daher ist das völlig egal So Wir brauchen jetzt Eine Engine Plate 2,5 Meter Check So Und jetzt kommt Der spannende Part Jetzt kommt nämlich Freund Neuer Motor Der wird richtig teuer werden 115.000 Aspekt Aber das Ding hat natürlich Schub ohne Ende Und ist nicht so riesengroß Ne So Was für Varianten Gibt es von dir Es gibt eine 2,5 Meter Variante Ist die irgendwie Schubmäßig anders Dann Ne Ne Die bleibt gleich Okay Das bleibt gleich Was jetzt noch so ein bisschen ist Ist tatsächlich die Breite hier unten Ne So Mal kurz gucken Wie das aussehen würde Ich befürchte Wir sind Mit der Base Bisschen tricky unterwegs Tatsächlich C-Level 2,27 Okay Okay. Hm. Pass halt nicht ganz, ne? Ich will nicht, dass sie ineinander klippen. Genau. Ich bin einfach von dem Clipping nicht so angetan. Jetzt würde ich sie ein bisschen auseinander ziehen. Ich überlege jetzt gerade... ... 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 KSC, nicht nach KSC, zurück nach KSC, macht in diesem Kontext so richtig gar keinen Sinn. Die Rakete hat gekostet, ich meine 120. Ich hab nicht, ehrlich gesagt, hab ich nicht geguckt. Ehrlich gesagt, hab ich einfach nicht geguckt. Geld. Funds. A little bit of funds. So. Das hier ist an. Retro und Licht an. So, und ihr seht, wir sind bei 1,36 Trust Rate Ratio. Das wird noch besser werden. Also wir fliegen jetzt nur noch auf einem Triebwerk. 190k. Okay. Und ich habe jetzt noch 690k. Können wir ja gleich sehen, wie viel ich zurückbekomme. So, jetzt bringen wir der Kiste mal bei, zurück zu fliegen. Also ich booste jetzt entgegengesetzt. Wir wollen jetzt im KSC zurück und wenn alles gut läuft, sollten wir da eine wundervolle Landung zum Sonnenuntergang hinbekommen. Gut. Okay. Okay. So. Okay. 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 haben wir noch Zeit, bestimmt haben wir noch Zeit, dafür ist noch Zeit ist nicht viel ok, wird grob passen müssen, äh, Kiste, Surface, Retrograde, Bremsen schon mal raus und ich gehe rüber zu der anderen Kiste und fliege die erstmal in Orbit weiter so, müssen wir hier ein bisschen Zeit gewinnen, erstmal wieder ein bisschen weit gedriftet, aber die Payload ist nicht groß, deshalb konnte ich jetzt so Spielereien machen mal gucken, wie gut wir das KSC gleich treffen Kaspi, Zusea und Beuys, Zusea sind aber nicht dieselbe Zui-Gubbel ok, was auch immer das ist, aber ja, bestimmt so, wir müssen jetzt hier wieder ein bisschen aus dem Dive rauskommen das ist, glaube ich, eigentlich ganz so wild mit der sehr geringen Payload, die wir fliegen was ist das Ziel gerade, wir machen einen Testflug mit einer neuen Reusable-Rakete Leon, also es geht nach Minmus, um da einen Scanner auszusetzen das ist eine sehr minimale Payload für die Größe der Rakete, die ich gerade fliege ähm, genau, da machen wir gerade aber einen Testlauf, ich habe die First Stage meine Reusable-Variante ein bisschen modifiziert und deshalb ist es eigentlich, eigentlich ist es ein Testflug in dem wir halt, weil es geht gleich noch einen, einen richtigen eine richtige Mission mit abfeiern aber nur, weil sie es angeboten hat so das zu tun jetzt brauche ich aber mal ein bisschen ein bisschen Schub nach vorn komm, ziehe mir die Abrabses hoch hier damit ich ein bisschen Zeit habe thank you gib, 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 gib ich switch jetzt mal das ist auch nicht ganz geil, aber den kriegen wir gefangen den kriegen wir gefangen besser als die Kiste jetzt zu verlieren weil die, ich weiß gar nicht, ab welcher Höhe die unloaden ich glaube 30, 40 Kilometer das ist jetzt so langsam der letzte Moment, wo ich noch safe reingehen kann wir werden relativ schnell sein das heißt, ich will auch einmal gegen gegen bremsen können so, ich weiß jetzt aber auch noch nicht kommen wir sauber rein kommen wir auf Land rein das ist die große Kiste wir kommen sehr sauber rein erschreckend sauber so, komm dreh dich, dreh dich, dreh dich, dreh dich, dreh dich oh, ich komm zu schnell ah, die Kiste ist zu schwer okay viel eher bremsen aber gut, dass wir den Testflug gemacht haben zu viel Gewicht diesmal ja, ja, ja also die Kiste braucht viel früher Gegenschub eigentlich nur ein Triebwerk mit der Idee dass ich ein bisschen mehr Kontrolle habe über den Flug er lässt mich jetzt nicht wechseln geh direkt zur Tracking Station, bitte aber vielleicht macht es bei der Rakete tatsächlich Sinn alle 5 Triebwerke zu haben um einfach ruckartig den Schub rausnehmen zu können weil die Airbrakes nicht so gut ausreichen wie bei der kleinen Kiste also wahrscheinlich macht es hier mehr Sinn mit 5 Triebwerken tatsächlich zu arbeiten und die Airbrakes eher so als nette Beigabe zu sehen ja, nächsten Flug mal testen so, jetzt muss man nur richtig schnell die zweite Stage erwischen dafür macht mehr Testflügel ah, ich will da auch keine riesen Airbrakes ranbauen weil es soll ja eigentlich eine Propulsive Landing sein die Dinger sind für mich eigentlich hauptsächlich dafür da gewesen ein bisschen zu verzögern und dass ich ein bisschen mehr Treibstoff sparen kann ähm also das, hauptsächlich sollen die dafür sorgen dass die Rakete nicht rumflippt ähm, weil ja unten die schweren Triebwerke dran sind äh, gehen die eh nach vorne plus die Airbrakes sorgen eigentlich dafür dass wenn ich auch mal ein bisschen schräg beginne dass sich das eigentlich gerade zieht also eigentlich sind die Airbrakes nur dafür da den Descent ein bisschen zu stabilisieren bei der anderen Rakete hatten sie aber noch den angenehmen Nebeneffekt dass sie halt stark genug gebremst haben also wirklich noch einen Effekt hatten hier ist das jetzt halt nicht mehr so da muss ich da ein bisschen mehr mit den Triebwerken arbeiten das ist aber nicht so wild so und ich würde bei der Kiste glaube ich sogar gucken dass wir mit der noch die Zirkularisierung äh, die Zirkularisierung die Anpassung auf die Inklination von Mimbus machen bevor ich die zurückfliege so zack weil die Delta V braucht die Stage eh nicht jawohl Landing Modus an drück auf Show Engineer und drück auf den Impact Marker ach das ist diese diese Übersicht vielleicht hilft die tatsächlich in dem Fall so äh Edit Show Engineer Landing Edit äh äh ok bin mir nicht sicher ob ich gerade in der richtigen Ebene unterwegs bin ok ich mach jetzt erstmal ah ich mach jetzt erstmal meinen anderen Kram auch sowas äh äh apples Äh, genau, neue Triebwerke in der Upper Stage erstmal noch nicht. Weil das auch eine andere Form von Triebwerken ist. So, jetzt würde ich glaube ich die Kiste hier verabschieden. Den Rest schafft er auch alleine. So, der hat dann sein Manöver nach Minbus raus, wahrscheinlich bevor ich lande, ja. Ich denke auch, irgendwo hier, zack. Das stimmt immer noch ein bisschen früher, ne? Ja, obwohl das kann ganz gut passen. So. Okay. Korrekturen später. Dann erstmal hier hin. Zunächst Manöver und dann fliegt er jetzt erstmal sein... Sein Burn raus nach Minbus. Dann haben wir ihn schon mal verarztet, nämlich. Das ist ja unsere eigentliche Mission, die wir so oder so tun wollen. Und äh, Gott sei Dank werden wir auch noch dafür bezahlt. Das nehmen wir natürlich dankend an. So, und danach kümmern wir uns dann gleich um die Landung von der Second Stage. So, schöner, vollgepackter Satellit, also der wird, äh, einen schönen Scan abgeben, aber vor allen Dingen wird der auch ein schöner, äh, Relay-Satellit an Minbus werden. Wo ich immer ein bisschen skeptisch bin bei diesen Landeprognosen von Kerbal Engineers, wie weit der da Atmosphäre und sowas wie Air Breaks mit einrechnet. Meistens sind die Prognosen nämlich nicht so besonders gut. Äh, der Moon kommt glaube ich erst in der zweiten Runde in den Weg. Also ich glaube, wenn ich dann auf der grünen Spur wiederkomme, dann fälscht mich der Moon ab und schickt mich sonst wohin. Aber im ersten Flug ist alles super. Äh, man muss sie nicht aktiv miteinander verbinden. Es gibt einfach, äh, Satellitenschüssel, die haben das Attribut Combineable. Und die sind dann, oder kombinierbar wahrscheinlich in der deutschen Version, und die können dann quasi, wenn sie an einem, wenn die an einem Raumschiff hängen, rechnen die sich in der Reichweite zusammen. Darf ich das mal geraten? Diese großen Schüsseln, die ich da habe, die sind Combineable. Oh, gut genug für meine Zwecke. Ich mache hier mal, äh, nochmal, na, können wir gleich mal. Das vergesse ich schon nicht. So, Minmus Scanner Probe Switch. Das ist unser Raumschiffchen. Dann werden wir jetzt mal gucken, dass wir unser Raumschiffchen... Es macht schon Sinn, mehrere zu montieren. Ja, gerade wenn du noch nicht so leistungsfähige Antennen hast. Also ich habe jetzt gerade mal so 15G Antennen. Ähm, und habe aber zum Beispiel auch eine Probe unterwegs, die nach Yol draußen unterwegs ist. Ähm, damit die, äh, nachher über irgendwas relayen können, macht's schon Sinn, manchmal Antennen zu kombinieren. Klar. So, wir machen das jetzt mal auf das Ding. Einfach for the sake of, äh, so, Entschuldigung. Hallo? Kommt das Landingfenster tatsächlich nur raus, wenn's, wenn gelandet wird? Wir werden's gleich sehen. So. Jetzt schauen wir mal. KSC ist eigentlich gerade die Sonne aufgegangen, das heißt, es ist da drüben. Zip, da verschwindet unsere Minbus Scanner Probe. So, und ich würde jetzt, jetzt schon mal die Bremsung einleiten. Strom haben wir noch ein bisschen. Das Ding ist komplett batteriebetrieben, falls sich das jemand fragt. Ah ja, jetzt ist er dann auch da. Dann bin ich ja mal gespannt. So, jetzt würde ich mir mal Folgendes tun. Ich mach jetzt mal den hier. Ah, verschiebt sich nicht. Verschiebt sich nicht durch die Air Breaks. Das heißt, ich würde davon ausgehen, dass ich ein bisschen Luft lassen muss, weil das nicht korrekt macht. So, jetzt brauchen wir mal noch hier. Wir wollen ja das KSC treffen. Irgendwie. So, das wird sich noch ein bisschen weiter drehen. Also irgendwie so. Mal gespannt, ob wir den hier sauber platziert bekommen. So. 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 die überlagert sich auch ganz unschön oder lasst uns die mal an einen guten ort packen ich würde sagen hier stört er wahrscheinlich relativ wenig und ist sehr gut einzusehen so und jetzt gehen wir noch mal retro und Ich bin gespannt, ob ich richtig mutmaße, was die Airbrakes ausmachen. Ich kann noch ein bisschen kürzer gehen tatsächlich. Schauen wir mal, schauen wir mal, so wir kommen relativ heiß rein. Bin gespannt, was passiert. So, jetzt kommen die Atmosphäre-Effekte. Na, verkürzt er? Ja, er verkürzt. Er verkürzt auf jeden Fall seine Prognose. Airbrakes bekommen Temperatur. Ich glaube, ich komme zu kurz. Airbrakes rein. Wir nehmen die volle Fahrt mit rein. Aber auch so ist die Kalkulation nicht gut genug, muss ich noch mal sagen. Passt nicht ganz. Oh, oh, oh. Wir drehen uns. Ich muss die Airbrakes rausholen. Und dafür sind die Airbrakes gut, um genau sowas zu vermeiden, so ein Flip. Aber ich komme viel zu kurz mit den Airbrakes. Also die Kalkulation ist nicht gut. Viel, viel weiter raus mit den Airbrakes. Okay, wir landen wieder in irgendeinem Hintergarten von irgendjemandem. Da unten wird das Haus schon angepeilt, was wir jetzt platt machen. Mal gucken. Bisschen spät gezündet, aber das müsste sich noch ausgleichen. Das geht gleich, sieht sowas von aus. Holy shit. Irgendwie kommt der mit der Berechnung gar nicht klar. Wie geht's? Ja. Two. Die Ärger. Nee, die Ärger. Ja. Die Ärger. Na ja, fast in Sichtweite. So. Ich glaube euch habe ich so richtig übersehen. Vielen Dank fürs Follow. Okay, jetzt schauen wir mal, dass wir unsere Missionen noch auf den Weg bringen. Zumindest die Second Stage haben wir ja retten können. Oder landen können. Ähm, ich glaube der First Stage Ansatz ist eigentlich gar nicht schlecht. Aber ich glaube er braucht alle Triebwerke. Ich glaube tatsächlich, dass er alle Triebwerke braucht. So, das können wir aber gleich nochmal üben. Ähm, ich würde jetzt nämlich das Zwischenmanöver machen und dann starten wir einen Crew Change mit der Orbitalrettung für den Typen, der da oben in der Umlaufbahn hockt. Ähm, wir haben ja zwei Leute, die wir von der Raumstation runterholen müssen. Im besten Falle bringen wir da natürlich auch neue Leute rauf. Aber vorher machen wir hier einmal die Mid-Course Correction. Wo bist du? Oh, da ist das weit genug draußen, dass wir arbeiten können. Genau, und das kriegen wir glaube ich heute noch ganz gut hin. Jetzt einmal das Orbitalgefährt, einen Viersitzer dafür zu bauen. Mal gucken. Ähm, ich würde gerne eine von den neuen Kapseln mal ausprobieren, mit denen genug Platz ist. Ich glaube wir haben mittlerweile welche, dass wir das mit einer Kapsel fliegen können. Weil dann hätten wir, hätten wir auch eine schöne, moderne Version eines Raumschiffs, äh, auch ein bisschen aufgepeppt mal wieder. Weil wir haben ja jetzt technologisch doch einen kleinen Sprung gemacht, durch das Freischalten von R&D. Ähm, da darf durchaus mal ein neues Design auftauchen. Oder zwei. Oder siebzehn. So, Sonde ist da, Sonde ist unterwegs, Sonde muss in eine polare Umlaufbahn. Zack. Dafür müssen wir ein wenig korrigieren, auf unserem Anflug. In zehn Minuten klingt gut. So, dann schauen wir noch mal. Ich bin ja relativ leidenschaftslos. Welcher Pol? Aber nicht der Boden. So, und dann müsste man noch ein bisschen höher, ich glaube wir müssen irgendwie, so, über 150 Kilometer war glaube ich okay. Das war 175 ist glaube ich so ein typischer, fauler Kompromiss. Ich glaube das sieht gut aus. Sehr schön, dann machen wir das. Ähm, auf der 1.8er gehe ich stark davon aus, dass die noch nicht funktionieren, die Mods. Nein, da wirst du noch einen Monat oder zwei warten müssen. Also ich werde auch irgendwann den Sprung auf die 1.8er machen, aber erfahrungsgemäß sollte man sich da ein bisschen Zeit lassen mit stark gemoddeten Setups. Ähm, weil man sich sonst nur unnötig auf die Fresse legt. Und viele Sachen halt einfach nicht funktionieren. So, guten Abend Luca. Ich mache hier mal die Korrektur, auf die paar Sekunden kommt es nicht an. Ich denke, damit können wir alle leben. So, und dann machen wir hier einfach nächstes Manöver in 8 Tagen. Ein Orbit einbremsen. Wer hätte das gedacht? Was, hauen wir uns in die Alarmglocke, dann kann ich nämlich währenddessen anderen Kram machen. So, und dann können wir jetzt nämlich zum KSC zurück und die Nummer mit der Orbitalrettung-CrewRotation an der Raumstation machen. Mit einer schönen Kapsel. Das ist dann auch mal ein bisschen größeres Testobjekt nochmal für unsere Rakete. Das heißt, wir testen dann auch gleich nochmal die First Stage in der Landung. Ich bin, ich bin eigentlich ganz zuversichtlich, dass die funktioniert, die First Stage. Man muss sie halt anders fliegen. Also in dem Falle wohl offensichtlich mit allen Triebwerken. Ähm, damit die schnell genug bremst. Ich hatte schon das Gefühl, ich habe ja auch relativ zeitig mit dem einen Triebwerk angefangen zu bremsen. Weil ich gedacht habe, so, uh, die ist aber schnell. Habe es dann aber nochmal ausgemacht, weil ich gedacht habe, die, ähm, die Airbrakes fangen das noch. M-m. Haben sie nicht getan. Haben sie erwiesenermaßen sowas von nicht getan. So, Freunde der Nacht. Lasst uns mal gucken, was wir an Kapseln so da haben. Also, eine Vier-Personen-Kapsel wäre eigentlich ideal für das, was ich vorhabe, muss ich sagen. Mehr ist natürlich super. Also, wenn ich in einem sinnvollen Format, also jetzt nicht 20 Tonnen schwer, riesengroß, mehr als vier Sitzplätze bekomme, ist das super. So, weil der normale hat halt drei. So, genau. Der Pandora hat vier. Und ich sehe jetzt nichts Größeres im ersten Moment, ne? Nö. Zwo. Da ist ein Cockpit. Zwo. Der Pandora hat vier. Jetzt ist natürlich die Frage, wie groß ist der Pandora? Please be normal. Der sieht ziemlich normal aus von der Größe. Ja. Der geht ein bisschen breiter, aber wird dann wieder normal. Das ist gut. Gewichtsmäßig 3,2 Tonnen, 2,7 Tonnen. Okay, er ist ein bisschen schwerer. Aber nur ein bisschen. Cool. Was auch immer das hier ist, geht es auch Text zu. All-Purpose-Command-Port seats four and mounts powerful RCS-Trusters. Die Rest is unremarkable, unfortunately. Das finde ich halt sehr cool, dass man hier unten so die ganzen Innereien sieht quasi. Ist auch ein Lifting-Surface. Das ist auch witzig. Monopropellant, starkes Reaction-Will. Okay. Okay, das reicht für unsere Zwecke. Hattet ihr nicht eine Schürze? Verschiedene. Nicht, dass ich es sehen würde. Nope. Nope. Nö. Nicht in meiner Welt. So, der braucht auf jeden Fall ein Heatshield. Und hier spricht ja wohl alles für einen schwarzen Heatshield, oder? So was von. Gut. Es spricht auch ziemlich viel dafür, dass der ein Docking-Port bekommt. Und weil ich es cool finde, der hier spricht optisch auch sehr die Sprache nimmenden Shielded-Docking-Port, finde ich. Ja. Ja. Holt mich ab. Mich holt das optisch auf jeden Fall ab. Ob das jetzt Sinn macht oder nicht. Ähm. Crewcraft. MK2. So. Wir brauchen auf jeden Fall Fallschirme. Ob uns das gefällt oder nicht. Ähm. Ich würde diese hier vorschlagen. Das ist natürlich ein bisschen unhübsch. Was wäre denn mit 3? Kriegen wir 3 in eine vernünftige Konstellation? Ohne uns mit diesem Teil da zu boxen. Reichen 3. Okay. Okay, das Ding hat aber auch eine Impact-Tolerance von hoch, ne? Impact-Tolerance 48 Meter. Ja, okay. Also die Kapseln können ein bisschen was ab. Alles ist super. 48 Meter pro Sekunde. Ich bitte euch. Alles ist gut. Wie viel Monoprop? 60 Monoprop. Holy shit. Das ist ein kleines Raumschiff für sich selbst. Holy, holy. Okay. Okay. Ähm. Coupling. 2,5er Dick-Kuppler. Zack. Das lasst uns hier ein relativ schmales Raumschiff draus bauen. Das sollte eigentlich nicht. Sonst wird fliegen. Das ist, glaube ich, die richtige Größe auch. Jawohl. So. So. Jetzt habe ich über Engine Plate. Äh. Terrier dran. Das wiederum holt mich optisch gar nicht ab. Das machen wir mal mit. Den fände ich ja prinzipiell ganz schick. Das war völlig übertrieben. Das ist halt völlig übertrieben. Und auch das falsche Fuel hat dann auch nur 370 Delta V. Bräuchte halt einen größeren Antrieb, ne? Ehm, größeren Tank. Mit einem... Können wir mit einem Cheetah arbeiten. 600. 600. Wolfhound ist noch schwerer. Der ist aber größenmäßig halt ziemlich cool, ne? Vielleicht mach mal ein bisschen... Der hat halt was, wenn man so ein bisschen den Apollo-Style reinbringen möchte. Und ich fühle mich mal. thought, genau wie möglich. 800er passt nicht rein. Was passt denn rein? 400er. Und 200er darunter wahrscheinlich, oder? So ein Medium gut. So ein Medium. Hätte ich jetzt gesagt. Das macht mich alles noch nicht glücklich, ne? Das macht mich alles noch nicht glücklich. Ne, das ist auch nicht. Das ist auch nicht, was ich suche. Ne, auch nicht, was ich suche. Also ich glaube, hier bin ich mir eigentlich mit mir selbst einig, dass ich das gut finde. Oh, hören wir mal noch ein bisschen. So. So ein bisschen im Orbitrum krusen, ist das völlig okay. Wie viel Strom haben wir? 170 Electric Charge, das ist auch okay. Das ist es aber halt auch noch nicht, ne? Irgendwie, irgendwie bin ich noch nicht zufrieden. Diese nachfolgenden Sendungen verschieben sich um circa, viele Stunden. Dann ist es halt gleich wieder so riesengroß und schwer. Das finde ich halt schade. Es sieht dann so, eigentlich ist es das halt, ne? Eigentlich ist es das vom so ganz klassischen Design her. Aber die, wenn du dann eine Engine Plate dazwischen packst, sieht es halt so... Weile nicht. Die großen Triebwerke sind es halt auch nicht, ehrlich gesagt. Die Engine Plate nervt mich im Zusammenspiel mit dem Dings. Ich glaube, ich mache es tatsächlich in groß. Ich glaube, wir machen einen Zoom. Guck mal, das ist... Das sieht schön aus. Dann kann man arbeiten. Die andere Alternative wäre natürlich noch der... Lass uns mal gucken. Ich will nur mal wissen, wie viel das bringt in Terms of Fuel. Ich glaube, das ist nicht so gut, aber... Zumindest mal nachgucken. So, wenn wir den auf 4 bringen und... Fuel Tank, dann hat der... 424 ist überschaubar viel. Der Vorteil wäre natürlich, wir können hier... Happer reinpacken. Schönen Typen und... Wir können es gut aussehen lassen. Und wir können ja noch ein bisschen anderen Treibstoff bauen. Warte mal, wo sind die? Liquid Fuel. Es gab auch einen Liquid Fuel Oxidator Tank. Nicht ziemlich sicher. Das ist, glaube ich, schon der, oder? Ja. So. Was gab es denn hier für eine Konfiguration? Hier gab es auch so eine lustige Service Bay-Konfiguration. Payload Bay. Porkjet. You. So, und das Payload Bay geht nur in eine Richtung auf. Zack. Und der Rest... Nämlich alles, was dahinter liegt, ist... Unsichtbar. Quasi. So. So. Wo ist er hin? Seht ihr den noch? Na, da. Da hat er sich von dannen gemacht. Troll mich nicht. Universal Storage. Troll mich nicht. So. Was würde das jetzt bisher bedeuten? Wenn wir rumfliegen wollen würden, würde das bedeuten, wir haben... 1.93 V, was im Orbit völlig okay ist. So. Wir können auch eine Batterie mitnehmen. Und wir hätten Essen für... 23 Tage, aber Habitation für nix. Okay. Ja, Habitation ist natürlich ein Problem. Das verstehe ich. Ist aber jetzt nicht unser Problem. So. Okay. Mm-hmm-hmm. Mm-hmm-hmm. Mm-hmm. Jetzt mal ganz kurz gucken, wie das Ding aufgeht, damit ich meine Solarpanele entsprechend platzieren kann, aber das ist ja doof, der schiebt sich tatsächlich so weit hinter, da kriegt ihr auch nicht ran, hm, not happy. Not happy with this, ich kann es jetzt einfach so machen, dass wir Batterie betrieben fahren, jetzt losfliegen, ohne die Kapsel komplett durchzudesignen, also das muss noch mal in Ruhe sein, mit der 4er Kapsel, das ist jetzt noch nicht so das, was ich mir eigentlich vorstelle, ist aber jetzt erstmal für heute glaube ich okay, damit wir loskommen Richtung Raumstation. Okay, jetzt haben wir hier knappe 14 Tonnen. Also, das muss jetzt einmal speichern, jetzt muss ich das andere erstmal zu einem Sub-Assembly machen, sonst wird da nicht viel passieren. Leise Katze, vielen lieben Dank für deinen Sub und ganz viel Spaß mit den Kerbel Smilies. So, zack, zack. So, Newton, Launcher, Edge1, MK, MK2. Also das ist jetzt natürlich noch ein bisschen prototypisch, bitte nicht ändern, lieber nicht speichern, was wir hier gemacht haben, Crewcraft MK2, zack. So, und dann werden wir jetzt mal die Stage 2 drunter packen, die ist okay, glaube ich, so wie sie ist. Das tut ja nicht weh, delete fairing, build fairing, kommt das eigentlich so zu mir. Zack, 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 jetzt haben wir den überbewertet. So, und dann kommt die neue Unterstufe dran. Unterstufe ist auch ein ganz komisches Wort dafür. First Stage, der Booster, oder aber nicht die Unterstufe. Unterstufe ist was anderes. So, jetzt schauen wir mal. Wer bist du und warum hast du dein Triebwerk dahin gehangen? Bisschen falsch bei dir. Äh. Why? Engine Plate. Stackty Coupler. Was ist das für ein Stack Separator, der... Ihr zwei seid Freunde, ihr nicht. Ja. Okay. Okay. So wird ein Shoot raus, jetzt müssen wir noch mal gucken, dass wir die richtige Crew mitnehmen. Also wir müssen da oben... Äh... einen Biologen und einen Wissenschaftler austauschen. Also eigentlich zwei Wissenschaftler. Das mit dem Biologen fällt dann wohl erstmal flach. Also wir nehmen Piloten auf jeden Fall mit und es fliegt heute der liebe Antrax. Wir nehmen den Neo mit, weil wir es können und wir nehmen Wissenschaftler da, um ihn abzuladen. Ne, warte mal. Wir nehmen nicht den Neo mit, weil wir es können, weil der Neo müsste sonst auf der Raumstation bleiben. Das ist nicht der Plan. Okay, dann nehmen wir das so mit. Ah, ich brauch dann dringend neues Personal. Gut, und dann holen wir den Typen ab und nehmen die zwei Typen aus der Raumstation mit. Guter... Guter Move. Machen wir genau so. Zack. Speichern. Daten. In der Hoffnung, dass hier keiner drauf geht. So, und diesmal haben wir das ein bisschen besser geübt mit der Zwille. Dann gucken wir mal, dass wir mit allen fünf Triebwerken runtergehen beim Landen. Und hoffentlich etwas schlauer sind diesmal, was das angeht. Wenn nicht, brauchen wir halt noch ein paar Übungsflüge. Weil die Triebwerke dürfen wir nicht allzu oft kaputt machen. Die sind wirklich sehr, sehr teuer. So, und dann geht es erstmal zur Raumstation und danach geht es zum Gerettetwerdenden. Oder machen wir es andersrum? Ehrlich gesagt machen wir es genau so, wie es jetzt gleich am besten passen wird. Wir müssen eh zwei Ziele abfangen. So. Hier haben wir alles durcheinander gewürft. So. Ähm. Ziele. Nächste Ziel ist wahrscheinlich sein Wreckage. Aber die Raumstation hat einen schöneren Orbit. Okay, wir nehmen die Raumstation. So. Wir lassen hier die Zeit ein bisschen runterlaufen. Und starten so bei den guten 400 Kilometer Höhe. Äh, Entfernung. Nicht Höhe. So, Anthrax und Almisch sind drin. So, wie es sein soll. Almisch wird der neue Auswechsel-Scientist da oben auf der Raumstation. Schub ist drin. Wir sind bei 1,73er Trust-Wate-Ratio. Sollte eigentlich alles passen. In diesem Sinne, los geht's. 150 Kilometer Höhe sind angestrebt. So, wir gucken mal, dass wir sich nicht ganz so durch die Atmosphäre hämmern, wie beim letzten Mal. Ähm. Also bei der unbemannten Mission. So. So, wir nehmen jetzt ein bisschen Schub raus. So, wir haben jetzt ja schon ein deutlich höheres Gewicht diesmal. Wir sind immer noch gut unter den 20 Tonnen, aber ähm, die Upper Stage ist zumindest mit gut 15 Tonnen schon mal eine ganz andere Nummer als das Ding, was wir gerade gestartet haben. So, ich glaube, wir sind jetzt auch höhenmäßig auf einer Ebene angekommen, wo es ihm ganz gut geht mit. So, jetzt hämmern wir ihn hier noch auf die 150 Kilometer hoch, hätte ich gesagt. Und gehen dann auf die nächste Stage. Aus, Staging und Vollgas weiter. Jetzt müssen wir hier nur die Nase runterbringen. Dann wollen wir ja in den Orbit und nicht in den suborbitalen Flug. So, das Ding kann auch auf. Sehr schön. Also wir brauchen, um das einzuholen, denke ich mal. Wir kriegen sehr, sehr guten Treffer hin, aber der wird, glaube ich, nicht dauerhaft funktionieren. So, das Ding kann auch auf, glaube ich, nicht dauerhaft funktionieren. So, wie gesagt, ich fliege hier erstmal ein bisschen was vor, umso mehr Zeit haben wir nachher, uns mit dem anderen Kram zu beschäftigen. So, ich其實 kann mich bitte dieses keine Mal. So, ich habe Kinder so kimse, dass es gut anте livre estable. So, ich werde mich perspectives bemer minute Lassen. So, jetzt bed客 binnen, bei drei Sekunden. Olin, hier soll die Tome. So, ich gehe schön. Und ich mache mich einfach neu ein bisschen an Gonzalez sein. Okay? Okay. So, ich gehe super... So, ich möchte mich 아내 deb Bird, so vielleicht, so ist dass ich lieber Examine, dass ich mich weiterhin etwas�� loosen. So, ich weiß, so Podcast, weil mir Lan alles Bleibpet shuttleけ? Das sieht alles ganz gut aus. Ich will aber nicht den Target sehen, ich will den Orbit sehen. Das sieht gut aus. So, ich muss jetzt gleich einmal zum Booster rüber wechseln. Ich denke, wir haben genug Zeit gewonnen, um arbeiten zu können. Zack, so, ich switch jetzt zum Booster und wir bringen den jetzt zurück auf Kurs KSC, hoffe ich. Mal gucken, wie viel Sprit der noch hat, ob das reicht für meine Zwecke. Und dann fliegen wir weiter mit dem, mit der Second Stage in Richtung des Rendezvous mit der Raumstation. Das dürfte auch noch ganz gut klappen. Also zumindest so, dass wir das Teil absetzen können und uns dann von dannen machen. So, wir müssen, zack, und Retrograd drehen, please. Und Bison, vielen lieben Dank fürs Follow, ganz herzlich willkommen bei den Karbonaten. So, wir drehen jetzt die Kiste um. Um wieder hoffen, das ganze Ziel noch mehr zu treffen. Ich werde ein bisschen davor zielen. Einfach aus Gründen der Möglichkeit in eine komische Richtung. Aber anderes Thema. Ich glaube es nicht so ganz, aber ich lasse mich gerne überraschen. So, RCS an. Die Dinger auf. Wir haben 1405 Meter pro Sekunde noch im Tank. Jetzt lasst uns kurz die Second Stage bearbeiten. So, und dann machen wir gleich die Landung, hoffentlich. Mal sehen, wie gut die funktioniert. Mit allen Boostern, äh, mit allen Boostern, mit allen Triebwerken. Sie müsste diesmal eh schon besser, äh, unterwegs sein, weil sie, äh, bei weitem nicht mehr so viel Sprit hat, wie letztes Mal. Aber, mal gucken, ob das wirklich hilft. Wir müssen jetzt unser Rendezvous, äh, vorbereiten. Und dann können wir uns der Landung zuwenden. So, lasst uns das auf der Map machen. Das ist das, woran wir arbeiten gerade. Hier so gut wie möglich hinzukommen. Und diesen Abstand zu verkürzen. So, das klappt jetzt natürlich nicht ganz, weil wir einfach zu schnell unterwegs sind, äh, zu langsam unterwegs sind in einem zu hohen Orbit. Das ist aber auch nicht ganz so wild. Das können wir jetzt erstmal hier drüben korrigieren auf einen Orbit, der zumindest über der Atmosphäre liegt. Zack. Und dann können wir nämlich ab hier das Raumschiff arbeiten lassen. Ähm, das ist aber ein Thema, das uns jetzt erstmal noch nicht beschäftigen muss. Wir sind jetzt im Orbit, das ist der wichtige Part. Und wir können hier drüben mit der Probe jetzt landen. Ähm, und dann können wir uns danach drum kümmern, wie wir, äh, zu der Raumstation kommen. Ich will jetzt vor allen Dingen heute für den Abschluss des Streams diese Landung hinbekommen. Ähm, hoffentlich. Ich hoffe, wir kommen nicht zu kurz. Ähm, da hätte ich ein bisschen Schiss vor, dass wir gar nicht das Land treffen. Sondern... Der rote Zielkreis kommt von Kerbel Engineer. So, jetzt schauen wir mal. Wie das so tut. Ich bin gespannt, ob er immer noch der Überzeugung ist, dass ich so treffe. Er sagt, ist er... ...die Richtung. Da müssen wir ihm, glaube ich, ein bisschen Schub geben. Nochmal. Wird schon gern auf Land ankommen. Irgendwie. Und ich habe so das Gefühl, wir sollten ihm da auch noch ein bisschen Puffer geben. Äh, nicht... Nicht gegen Bremsen. Noch nicht. Weil ich hatte das letzte Mal auch doch noch ganz gut was verloren durch die Airbrakes und das Bremsen an sich. Und das würde ich gerne vermeiden, dass wir hier irgendwie in eine unangenehme Situation kommen. So, ihr sagt für ein Suicide Burn, wir brauchen 1299 Delta V. Die haben wir natürlich nicht. Deshalb hoffe ich, dass die... ...ganze Geschichte... ...mit den Airbrakes ein bisschen was bringt, zumindest. Sonst ist der Booster einfach zu groß im Moment. Oh nein, Plasma Blackout. Sehr ärgerlich. Okay, da kann ich jetzt nichts machen. Ich hoffe, dass er stark genug bremst und wir gleich aus dem Plasma Blackout rauskommen. Oh shit, oh shit. Oh shit. Jetzt seht ihr das Problem von so massiven Boostern. Mit so massiven Triebwerken. Bonk, umgekippt. Aber die Triebwerke haben überlebt. Das Problem ist, ich muss glaube ich im Sinken, also ich brauche den kurzen... ...also ich kann durch den Plasma Blackout durchgehen. Dann brauche ich aber kurz alle fünf Triebwerke, um dagegen zu arbeiten. Und dann muss ich runterschalten auf ein Triebwerk, um mit ein bisschen Gefühl runterzukommen. Das wird noch ein bisschen Übung, aber im Großen und Ganzen haben wir die Triebwerke recovered. Und das sogar relativ nah am KSC. Sehr schön. Okay, das heißt, wir haben ein bisschen was eingespart bei der Rakete. Also zumindest die sehr teuren Teile, die Triebwerke, haben wir erstmal wieder zurück. Und bekommen die jetzt wieder gutgeschrieben. Und dann werden wir in der nächsten Folge eine Rotation auf der Kerbin Space Station machen. Den Typen aus dem Orbit holen. So, wie viel Kohle hat das zurückgebracht? Oh, guck mal. 4.700 Funds, immerhin. Achso, hä? Achso, recovered haben wir gerade nur das Service Bay, ich wollte gerade sagen. So, vielleicht recoveren wir mal noch den Rest. Das waren 100.000, die gerade zurückkamen. Das ist jetzt ein klein Kram. Aber knappe 100.000 recovered mit den Triebwerken. Da liegt auch noch irgendwie Dreck rum. Irgendwie Einzelteile von der missglückten Landung. Aber es hat irgendwas überlebt. Immerhin. So. Genau. Wir werden nächstes Mal Körbels retten. Wir werden die Crew Rotation machen. Wir werden auf Minmus den Scan machen. Und uns dann, denke ich, damit beschäftigen. Das erste Mal in die Richtung zu gehen, dass wir sagen, jawohl, wir bauen Ressourcen auf Minmus ab, um dort nachbetanken zu können. Wie das dann alles genau vonstatten geht, werden wir nächsten Sonntag sehen. Und bis dahin sage ich erstmal vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.